Okay, dann gehen wir gleich zum Lernen über, nämlich das Wort Lernen, das ist halt wahnsinnig schwer definiert und es gibt da unzählige Definitionen rund ums Lernen, aber gleich sind folgende Punkte. Also Lernen ist ein Informationserwerb durch Wiederholungen. Ihr wisst es ja, Latein lernen oder Englisch, Vokabeln irgendwie lernen, da muss man halt leider Gottes immer wieder und immer wieder diese Vokabeln pauken und irgendwann kann man es dann oder auch nicht. Wie bei mir im Latein, das ist irgendwie nie in mein ganzes Gehirn reingekommen und also wie ich tatsächlich dann auch im Zeugnis ein Fünfer hatte, das weiß ich nicht, wo ich irgendwie noch viel schlechter war, keine Ahnung, aber genau, es wäre normalerweise, wie gesagt, dieser Informationserwerb durch Wiederholungen. Man hat eine positive oder negative Konsequenz auf ein Tun, das letztendlich zur Verhaltensänderung führt. Lernen, und das ist eben auch ganz, ganz wichtig, ist während des ganzen Lebens möglich. Es ist ja leider Gottes immer noch dieser Trugschluss, dass, ja, wenn der Hund ja im Tierheim ist und versaut ist, dass der dann quasi nichts mehr lernen kann, wenn er ja jetzt zu mir mit zwei Jahren oder mit drei Jahren kommt. Das stimmt natürlich nicht. Also auch letztens musste ich mir das wieder anhören und wir haben einen Hund vermittelt, der dann nach drei Wochen wieder zurückgekommen ist oder eigentlich zurückkommen sollte. Und die Frau hat dann auch gesagt, ja, wir haben jetzt den Züchter angerufen und der hat uns dann erzählt, dass der ja schon als Welpe so übel war und dann als Youngster war der dann so übel, weil der Züchter quasi den damaligen Besitzer so ein bisschen unterstützt hatte. Und hätten sie das gewusst, dass das während dieser Prägefase alles passiert wäre, dann hätten sie nie diesen Hund genommen. Und dann musste ich erstmal kurz einatmen und nochmal ausatmen und dann habe ich gesagt, komisch, dass ich den Hund sieben Monate, acht Monate hatte und der Hund bei mir keinerlei Probleme gezeigt hat. Also wenn er ja dann tatsächlich wegen einem Prägevorgang total gestört sein müsste oder ist, wie ihr das jetzt sagt, dann hätte er das aber auch bei mir sein müssen. Und das ist halt leider Gottes immer diese Sache oder ich werde regelmäßig angerufen von irgendwelchen Leuten dann und ja, sie haben einen Welpe und mit dem, wenn sie jetzt in die Welpenstunde kommen und alles ganz schön. Und irgendwann bekommt man dann raus, man redet ja mit den Leuten, ja, die haben doch einen Zweithund zu Hause, der ist jetzt ungefähr fünf. Und dann sage ich, ja, dann nehmt ihn doch mit. Dann schauen mich die Leute echt immer so an, so ja, aber der ist schon fünf. Dann sage ich, ja, der ist fünf. Und ja, weil der hat die und die und die Macke und der ist doch jetzt schon zu alt, sage ich. Nee, der ist auf keinen Fall so alt, um noch einfach irgendetwas zu lernen. Und eigentlich lernen ja auch die Besitzer ganz viel bei mir und übernehmen das ja quasi dann in den Alltag. Also von dem her ist es für euch alle drei, also für den Welpen, für den Fünfjährigen und für euch dann wichtig, dass ihr dann auch mal gemeinsam trainiert. Lernen ist reversibel, das heißt, das Erlernte kann wieder vergessen werden. Also auch da wieder meine Latein-Vokabeln. Das einzige Wort, was ich noch weiß von Latein, das ist apobringquare und das heißt sich nähern. Ansonsten habe ich alles vergessen. Also wie gesagt, man kann es wieder vergessen. Oder halt auch die Leute, die jahrelang vielleicht schon nicht mehr geritten sind oder jahrelang schon nicht mehr Fahrrad gefahren sind. Man vergisst es dann auch irgendwie. Man ist sich dann auch unsicher. Man kommt natürlich schneller wieder rein. Das ist klar, aber erst mal, ja, wie war das nochmal und öh und öh. Also kennt ja jeder von uns. Oder rechnen. Wo wir jetzt unsere Handys haben, unseren Taschenrechner. Was ist 15 mal 17? Ach, 15 plus 17. Man vergisst es, wie gesagt. Man kommt schneller rein und das ist eben aber auch ganz wichtig. Genau, Lernen ist die eine Sache. Lernähnliche Prozesse sind die andere Sache. Wie gesagt, wenn auf diese Sachen nicht alles zufällt, dann handelt es sich eben um einen lernähnlichen Prozess. Und da fällt dann unter anderem die Prägung darunter. Also das sind eben die bestimmten Lebensabschnitte, die sogenannten sensiblen Phase. Und bei dieser Prägung ist es aber auch ganz wichtig, das habe ich irgendwo noch später im Vortrag, es gibt da eben zwei Abschnitte. Weil meistens wird ja nur immer der erste Abschnitt als der wichtige irgendwie dargestellt. Da nehmen sich die Leute meistens Zeit. Und der zweite, ach so, da gibt es noch einen zweiten. Ja genau, da gibt es halt einfach noch einen zweiten. Also es ist eben eine einmalige Darbietung des Prägungsobjekts. Es hat auch keine unmittelbaren Konsequenzen und es ist in der Regel, außer es passiert jetzt ein Traumata, irreversibel. Es ist zum Beispiel glatter Boden. Also ich habe jetzt einen Welpen und ich habe vielleicht jetzt irgendwie einen glatten Boden. Und ich unterstütze jetzt meinen Welpen das erste Mal oder das zweite Mal auf diesem glatten Boden. Er rast da nicht drüber mit einem Bällchen. Er rutscht nicht aus oder er knallt nicht, weil er irgendwie bremsen möchte und nicht bremsen kann auf einmal gegen die Wand. Und genau, ich unterstütze den. Das ist jetzt halt neutrales für den Hund. Ich mache jetzt da nicht großartig Tamtam, indem ich dann ja und Keks und überhaupt, sondern ich nehme den kleinen Wurzel halt einfach mit. Das habe ich auch mit meinen Welpies gemacht. Ich habe vor zweieinhalb Jahren auch Welpen großgezogen, weil ich doch eine Tierschutzhündin hatte, die schwanger war. Und auf einmal sind da neun Welpen rausgeplumpst und die waren dann eben auch im Hundezimmer hinten. Und da habe ich zum Beispiel auch einen glatten Boden. Also er ist jetzt nicht richtig glatt, wie so Fliesen, aber er ist jetzt nicht wie zum Beispiel ein Teppichboden oder sowas. Und meine Welpies, also die zweieinhalbjährigen Hunde, die ich ja jetzt zwei behalten habe, die haben keinerlei Probleme mit irgendwelchen Untergründen. Wir hatten dann auch noch Hackschnitzeluntergründe, wir hatten Steine da hingelegt, wir hatten eine Decke hingelegt, wir hatten unterschiedliche Untergründe. Und genau, meine Welpen haben damit kein Problem. Wenn jetzt natürlich, ich sage ja, der Hund mit vier Jahren eine Treppe runterfällt und sich da wirklich ganz, ganz, ganz schwer Aua tut und vielleicht sich da auch noch irgendwie den Fuß bricht, dann wird er vielleicht keine Treppen mehr gehen möchten. Aber, wie gesagt, wenn das jetzt alles normal bleibt, dann ist es eigentlich auch eingebrannt. Dann haben wir noch eine Reifung, Entwicklung von Organen oder Verhaltensweisen während der Ontogenese, unabhängig, auch da wieder von jeglicher Erfahrung, konsequent oder äußerlichen Einflüssen. Und eine Reifung kann aber auch durch Hormoneinschuss früher aktiviert werden, zum Beispiel das Beinchenheben bei jungen Rüden nach einer Testosterongabe. Und dann haben wir die Habituation, die Umweltgewöhnung, die tritt eben auch aufgrund der fehlenden Konsequenzen ein. Aber da sprechen wir auch später nochmal. Lernen im Allgemeinen ist ganz grob ausgedrückt auch eine kurzfristige Anpassung auf die Umwelt. Das bedeutet, und das ist eben auch wichtig, neue Möglichkeiten ins Verhaltensrepertoire aufzunehmen, was eben auch wichtig ist, deswegen auch für unsere älteren Hunde. Also nicht jetzt bis ein Jahr ganz viel sich Mühe machen und ganz viel sich Zeit nehmen, dass der Hund möglichst alles kennenlernt und dann auf einmal ist gar nichts mehr. Also eben auch ältere Hunde können das noch. Ich habe ganz viele Hunde tatsächlich bei mir auch in der Hundepension, die wirklich auch, ja ich sage jetzt mal, unverträglich waren zu anderen Hunden. Und dann mit ungefähr sechs, sieben Jahren auch mal wieder angefangen haben zu blödeln. Gerade auch meine Susu ist so eine. Meine Susu, die ist eine Deprivationshündin, die habe ich jetzt, ich würde jetzt fast sagen anderthalb Jahre, kann aber auch schon zwei Jahre sein. Und das erste Jahr war wirklich hart mit ihr, weil sie halt nur in der Ecke gelegen ist. Und was die gerade lernt, das ist wirklich wunder, wunder, wunderschön. Jetzt lernt sie auch Leckerchen-Suchspiele zu machen, halt einfach. Sie lernt oder hat gelernt, an einer Leine zu gehen. Sie hat gelernt, es anzufassen. Sie hat gelernt, Löcher zu buddeln. Dann hat sie sich ein bisschen bei den anderen abgeschaut. Und sie spielt jetzt immer mehr. Und die ist auch ungefähr fünf Jahre alt und die hat heute richtig Gas gegeben. Ich kann bloß bei ihr mal keine Videos machen. Ich würde wahnsinnig gerne Videos machen, wie sie wirklich Gas gibt, weil sie ist auch schnell. Aber wenn ich dann reingehe in den Auslauf, dann bleibt sie erstmal stehen und dann macht sie nichts mehr. Also wenn ich draußen bin, dann rastet sie da umeinander und hat richtig Spaß. Und das ist, wie gesagt, halt wunderschön, wunderschön. Und Lernen ist eben auch wichtig. Es muss aus Hundesicht oder aus Hundesicht Sinn machen. Gerade auch, wenn wir so Herdenschutzhunde haben, Bulldoggen haben. Wenn ich jetzt so einen Befehlsempfänger wie einen Mali habe, wie einen Schäferhund habe, den, ja, dann sage ich Sitz, dann macht er Sitz, dann sage ich Platz, dann macht er Platz, dann sage ich Sitz, dann macht er Sitz, dann sage ich Platz, dann macht er Platz. Und das macht er auch noch 70 Mal und hat noch Spaß daran. Für einen Herdenschutzhund muss das natürlich aber halt einfach auch Sinn machen. Okay, ich mache jetzt hier Sitz. Dann muss ich wieder drei Schritte gehen und dann machen wir wieder Sitz. Dann gehen wir wieder drei Schritte und machen wir wieder Sitz. Warum? Und dann wird den Hunden ganz häufig eine Sturheit einfach auch nachgesagt, obwohl es halt einfach andere Charaktere sind. Und ich finde, ja, ich finde das immer ganz, ganz, ganz übel. Und ich finde das aber halt einfach auch immer schade, wenn den Hunden dann immer dieses, dieses Stur, hey, der Hund ist stur. Ich hatte es gestern wieder, einen kleinen Samoyeden mit fünf Monaten und dann die Leute, ja, der ist stur. Und ich finde halt immer, oder ich antworte da immer, ja, Hunde können nur stur werden, weil sie es können. Also wenn sie natürlich Erfolg haben und immer mal wieder durchkommen mit ihrer Sache, ist halt egal, nicht ins Haus gehen oder einfach nicht auf der Decke liegen bleiben oder, oder, oder. Dann, ja, dann würde ich es ja auch machen. Aber deswegen bin ich nicht automatisch stur. Dann hat Julia noch geschrieben, Verständnisfrage, bedeutet schlechte Erfahrungen in der Prägefase zum Beispiel respektloses, übergriffiges Verhalten von Kindern? Ja, ganz genau. Wenn Kinder, ich hatte das nicht nur einmal, wenn man denn eben wieder nachfragt. Also ich hatte mal eine Beschreibung von einem Trainer von mir, der hat mich angerufen und hat gesagt, Jani, ich habe so Probleme mit einem, ich glaube, es war ein Kangal tatsächlich, oder Kangal-Mischling, also irgendwie ein Herdenschutz-Hund-Mischling. Und dann sagt der Jani, er ist jetzt in der Pubertät und sie haben halt jetzt wirklich langsam Probleme auch mit Hund und Kind, logischerweise. Ich meine, der Hund wird ja auch ein bisschen größer. Und ja, der hat halt eben wirklich Probleme mit dem Kind und der knurrt immer auch das Kind an, sagt dann auf der anderen Seite aber auch, ja, er versteht das nicht, weil dann liegt ja wieder das Kind mit dem Hund auf der Couch und streichelt ihn. Und da gibt es wieder keinen, so der Hund läuft mit dem Kind zum Beispiel irgendwie im Garten umeinander. Und ja, dann fand ich schon wieder die Aussage ein bisschen komisch. Naja, Hund liegt mit Kind, mit neun oder zehn Monaten alten Kangal auf der Couch. Okay, habe ich da mal so stehen lassen. Und dann habe ich halt auch gesagt, aber da muss irgendwas mit dem Kind gewesen sein. Also wenn da auch irgendwie sowas ist und er immer mal wieder das Kind anknurrt, kann es dann nicht wirklich sein, dass das Kind dem vielleicht mal Futter weggenommen hat, dass das Kind, ja, den vielleicht mal, okay, jetzt beim Kangal vielleicht ein bisschen komisches Beispiel, aber das Kind dem vielleicht den Hund mal auf den Arm genommen hat als Welpe und hat den runterfallen lassen. Also hören wir ganz häufig, dass Kinder, ja, Hunde, wenn sie Welpen sind, auch mal runterfallen lassen. Und dann hat er dann tatsächlich nachgefragt. Und dann ist aber dabei rausgekommen, dass der Hund mit vier Monaten erst in dieser Familie vermittelt wurde und der Hund eigentlich beim Züchter sein oder bleiben sollte und für das Kind des Züchters bleiben sollte. Und das Kind des Züchters hätte halt eben, ja, ganz viel mit ihm gemacht und wollte dann den Hund haben und nach vier Monaten wollte er es dann nicht mehr haben. Und da wird mit hoher Wahrscheinlichkeit, wie die Julia hier auch gesagt hat, ein bisschen übergriffiges Verhalten von dem Kind, also permanentes Angetatsche an den Hunden, vielleicht mal an die Rute ziehen, an die Ohren ziehen. Das ist dann eingeprägt. Und jetzt kommt es natürlich, und das ist immer auch ganz wichtig, natürlich bei der Prägefase auch ein bisschen der Charakter von dem Hund. Also jetzt nicht, wenn jetzt ich, ja, wirklich jetzt einen sehr stabilen Charakter habe und jetzt zum Beispiel einen Beagle habe, die ja einen sehr stabilen Charakter haben und das ja sehr menschenfreundliche Hunde sind oder ein Labrador und da geht jetzt ein Kind und zieht jetzt mal diesem Hund an den Ohr, dann ist das mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass das dann der Hund jetzt nicht so wirklich wahrnimmt. Weißt du, was ich meine? Also der Dietes vielleicht auch nicht als respektloses, übergriffiges Verhalten, weil vielleicht auch der Labrador und der Beagle ja auch manchmal selber ein bisschen respektloser und ein bisschen distanzloser Hund ist. Also das muss der Charakter dann halt einfach schon sein. Wenn ich aber jetzt tatsächlich, genau, ein bisschen so ein Seelchen habe, ein bisschen einen scheuereren Hund habe, ja, ein Hund, der halt einfach so ein bisschen Mimimi ist, genau. Und dann geht das Kind hin und zieht an das Ohr und der Hund eher schon so ein Hund ist, der vielleicht ein bisschen im Abstand sein möchte und der jetzt nicht so ganz diese Nähe hat. Also der das dann tatsächlich als respektloses und übergriffiges und distanzloses Verhalten ansieht, da der könnte, ja, Probleme mit Kindern halt einfach haben. Also wie gesagt, jetzt der Labrador, der über die Fliesen läuft und dem Bällchen hinterher jagt, sag ich jetzt mal, und nur eigentlich dieses Bällchen im Kopf hat und da ist ein Ball und da ist ein Ball und da ist ein Ball und der flitzt über die Fliesen und ich sage, er kann rechtzeitig bremsen und da klatscht er einmal gegen die Wand und sieht nur das Bällchen und nachdem er an der Wand geklatscht ist, sprengt er zum Ball und läuft zum Besitzer. Dann wird mit hoher Wahrscheinlichkeit der Hund jetzt kein Problem haben, nur weil er da ausgerutscht ist. Genau, aber hast du da einen Hund, wie zum Beispiel ein Collie, ein Sheltie, ein Pinscher, die Hunde, die ja schon eh so ein bisschen sensibel sind und die, genau, und diese Hunde dann rutschen da aus, weil wir nicht aufgepasst haben, dann könnte es eventuell sein, dass der Hund da nicht mehr drüber gehen möchte. Also nicht jedes, also jetzt soll nicht jeder um Gottes willen diese Hunde in Watte packen. Also das ist ja auch immer ein großes Problem, wenn man wirklich diese Hunde in Watte packt. Aber wo halt sehr viele Fehler gemacht werden, sind halt zum Beispiel tatsächlich, genau, wie du gesagt hast, mit Kindern oder mit Hunden. Der kleine Welpe trifft auf einen anderen Welpen oder der kleine Welpe trifft auf einen Junghund und wird über einen Haufen gerannt. Jetzt habe ich einen kleinen Hund, jetzt habe ich einen Chihuahua und der wird in der Welpenstunde vielleicht tatsächlich von der Docke über einen Haufen gerannt. Wird mit hoher Wahrscheinlichkeit der Chihuahua Probleme mit größeren Hunden haben. Also da kommt es schon immer auch auf die Negativität drauf an. Oder jetzt wirklich der kleine Hund, der vom Kind irgendwie runtergefallen lassen wird oder ein Hund, der jetzt die Treppen runterputzelt. Wie gesagt, der eine steht auf und sagt, oh cool, super, mache ich nochmal. Und der andere sagt, okay, ich gehe nie wieder Treppen. Also, genau. Also man soll nicht alles immer auf diese Prägefase zurück oder sich ausreden. Das ist ja dann auch manchmal, wie halt eben in dem Fall, was ich ja gerade gesagt habe. Nein, nein, nur das war die Prägefase. Und ja, wie gesagt, man soll da jetzt nicht mit Angst drangehen. Man soll, wie gesagt, den Hund jetzt nicht in Watte packen lassen. Aber man soll halt echt ein bisschen aufpassen. Also er soll zum Beispiel auch lernen, eine Treppe zu steigen, so ein Hund, so ein Welpe. Aber wenn ich jetzt eine steile Treppe habe, dann trage ich halt dann einfach meinen Hund runter. Oder ich unterstütze mit einem Brustgeschirr. Und die letzten zwei Treppen lasse ich ihn da halt einfach runterspringen. Und oben mache ich dann ein Welpengitter, dass er da halt einfach nicht alleine irgendwie runterputzeln kann. Und ich unterstütze ihn halt immer dabei. Also das ist halt einfach immer wichtig. Aber ja, da hast du völlig recht. Könnte ein großer Grund sein, weshalb Hunde Probleme mit Kindern haben, Hunde Probleme mit Hunden haben. Man muss ja auch immer die Hunde mitnehmen. Weil eben, wenn jetzt der kleine Chihuahua über den Haufen gerannt wird, dann macht er vielleicht aber Quink. Und es ist ja nichts. Also die Dogge ist weiter gerannt. Der Chihuahua rennt zu der Besitzerin zurück. Und die Dogge schaut auch den Chihuahua nicht mehr an. Und der hat jetzt keinen Bruch. Und der ist jetzt nicht mehr oder weniger verletzt oder sowas. Aber trotzdem könnte das jetzt einfach mal so ein einschneidendes Erlebnis sein. An Julia Schattner. Ich denke halt gerade, wenn man nur erwachsene Hunde hat, dann fragt man sich manchmal, was denn das Thema sein könnte, wenn man viel arbeitet. Ja, genau. Ja. Und es sitzt dann halt schon auch mal wirklich sehr tief dann drin. Ganz genau. Aber auf der anderen Seite ist es ja, Julia, ich habe ja selber nur eigentlich Secondhand-Hunde. Okay, die zwei Welpenmeier habe ich jetzt selber aufgezogen gehabt. Aber ansonsten habe ich nur Secondhand-Hunde. Und was ich halt immer auch sage zu den Leuten, denn Leute kommen zu mir und vielleicht auch mal eine Hundekaufberatung machen und dann sagen, du, Diane, ich hätte da jetzt echt einen coolen Hund und der wäre jetzt schon ein bisschen erwachsen, der hat aber das und das Problem. Und jetzt habe ich einfach aber auch im Gegenzug so ein bisschen im Hinterkopf mir einen Welpen zu holen. Was soll ich Ihnen jetzt machen? Und dann frage ich halt auch immer, seid ihr Hundeanfänger? Ja, wir sind Hundeanfänger. Da rate ich eigentlich in der Regel immer zu dem erwachsenen Hund. Und dann schauen sie mich immer alle an und sage ich, ja, ihr habt mit den Welpen einen Rohdiamanten. Ich muss ja den Welpen alles beibringen. Ich muss den Welpen eine Stubenreinheit beibringen. Ich muss eine Sozialisation machen. Ich muss eine Habituation, also eine Umweltgewöhnung machen. Ich muss den Gut an der Leihen, also die Leihenführigkeit, Grundkohorsam, Sitz, Bleib. Ich muss ihn, wie du ja geschrieben hast, an Kinder gewöhnen. Ich muss ihn an Hunde gewöhnen. Ich muss ihn an Alleinbleiben gewöhnen. Also ich bin ja quasi dafür ja auch Verantwortung, was mein kleiner Wurzel hier macht. Und wenn ich aber doch die Möglichkeit habe, als Anfänger einen Zweijährigen, Dreijährigen zu bekommen, der vielleicht nur zwei kleine Baustellen hat, die kriege ich leichter weg, als selbst ein Welpen tatsächlich so gut, so gut zu prägen, so gut in das erste Jahr den zu managen, schon so gut zu sozialisieren, so gut, sag ja, auf andere Hunde, auf Umweltreize, auf Gerüche, bla, 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 dass der dann ohne Baustellen irgendwann mal dasteht. Und das ist immer, ja, dieses Falschdenken von manchen Leuten. Also ich habe dann lieber einen Hund, der ein, zwei Baustellen hat, als jetzt tatsächlich einen Hund, der völlig roh ist und ich ja alles eigentlich machen muss. Also von dem her, ja, weiß ich, ist es manchmal schon, es ist halt immer so eine interessante Sache manchmal, aber du hast es ja heute wunderschön gesagt, in deiner Sprachnachricht, über die ich mich ja echt gefreut habe, es sind halt oft wir, weil auch dein Knudski hatte keine Probleme bei uns mit Menschen. Also das ist wirklich auch so ein bisschen, was ist am Anfang dann passiert, was ist, also er hatte nicht grundsätzlich Probleme mit anderen Menschen, mit Kindern, weil wissen wir es ja nicht, weil wir das ja nicht testen konnten. Aber grundsätzlich hatte er jetzt keine Probleme bei uns mit anderen Hunden. Und das ist halt leider Gottes immer das große Problem, hier als Mensch. Und ich nehme mich ja überhaupt gar nicht immer damit aus. Also um Gottes willen, ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Um einen Hund etwas zu lernen, sollte man sich ja einfach auch Tatsachen bewusst sein, die Verknüpfung mit Situationen, mit Personen, also eben auch mit mir als Person, unsere Hunde durchschauen uns halt leider Gottes, so, so, so schnell. Das ist eben das Problem. Und ich habe jetzt einen neuen, einen neuen, der bei mir die Hundetrainer-Ausbildung machen möchte. Und da habe ich dann halt auch gleich gesagt, wenn ein Hund zu dir kommt und der wämpft dir schon mal die Nase in den Schritt rein, mach sofort einen Abstand. Sag sofort zu dem Hund, Möchte ich nicht. Auch wenn ich vielleicht unter Umständen die Besitzer ein bisschen komisch anschauen und auch wenn die Besitzer dann sagen, aber du bist doch Hundetrainer. Ja, aber als Hundetrainer möchte ich mich vielleicht trotzdem, aber auch nicht, von irgendwelchen fremden Leuten anspringen lassen oder halt mal mit der Nase in einen Schritt rein oder wenn es ein großer Hund ist, jetzt mal mit dem Pfoten an den Busen. Möchte ich nicht. Und das sind halt immer so diese Verknüpfungen, die die Hunde mit Personen eben ganz schnell auch haben. Und wenn der Hund kommt und erst mal euch da wirklich mal in den Schritt oder euch so anwuppert oder euch anspringt und ihr sofort sagt, äh, möchte ich nicht, dann habt ihr sofort die Verknüpfung, also ich als Hundetrainer und der dabei empfundenen Stimmung so, oh, der will das jetzt gerade nicht. und ihr werdet sehen, die Hunde werden sich von vornherein respektvoller euch verhalten und es ist ja auch wirklich eine Tatsache, dass wenn ich gerade so übergriffige Hunde im Unterricht habe oder viele Leute rufen ja dann eben auch an und sagen, ja, mein Hund, der du-du-du-du-du und zählen die jetzt dann schon auf und du weißt ja dann auch, okay, das sind jetzt die Neuen und die haben die und die Probleme und man präsentiert sich schon von vornherein bei diesen Hunden, ne, als, das möchte ich jetzt einfach nicht und das möchte ich nicht und, äh, äh, du schnauzt jetzt gerade diesen Hund jetzt hier vielleicht nicht an, dann kannst du diese Hunde auch verbal im Unterricht führen, ne, das ist immer ganz, ganz interessant. Dann lässt du die Hunde auch mal im Freilauf und dann hast du diesen Pöbel und der hat aber vorherein, im Vorherein schon diese, ähm, so Knüpfungen mit dir gemacht. Okay, also die eine möchte jetzt nicht, dass ich sie anspringe. Die eine möchte jetzt nicht, dass ich meine Nase in ihren Schritt rein tue. Die eine möchte aber auch nicht, dass ich mich irgendwie an die dran lümmel. Okay. So, die eine möchte jetzt aber nicht, dass ich ihren Hund anpöbel und dann gehe ich da schon mit einer ganz, 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 ganz anderen, ähm, ja, Sichtweise da ran und dann, wie gesagt, lasse ich die Hunde zum Beispiel auch mal los und dann dürfen die laufen und dann kann man die echt über die Strimme halten. Hey, Bello, lass das! Und der Bello sagt, okay, das lasse ich und die Leute schauen mich immer an, boah, wieso macht der das bei dir? Ja, eben, weil ich am Anfang mich nicht auf ihn anspringen lassen, weil ich am Anfang gesagt habe, ich möchte nicht eine Nase in meinem Schritt haben, weil ich am Anfang gesagt habe, meine Fee, meine Hunde werden nicht angeschnarzt. Ich bin dabei aber eben auch nicht aggressiv. Das ist ja auch das. Ich sage da nicht, Sondern ich bin da halt einfach sehr neutral und eben auch ein bisschen bestimmt. Und wir haben jetzt eben gerade auch den Kangerl da und da habe ich gestern auch mit jemandem geredet. Ich finde gerade die erste Situation, die ich immer habe mit diesen Hunden, weil, wie gesagt, ich habe ja viele beißende Hunde bei mir oder bei den Besitzern beißende Hunde und die erste Situation ist immer die entscheidende, weil die Hunde kriegen ja sofort den Maulkorb drauf. Sofort. Also jeder Hund, der zu mir kommt, außer das ist jetzt ein komplettes Seelchen, wirklich, weil ich meine, hier und da habe ich auch mal ein Seelchen da. Aber in der Regel kommen die Hunde, die Hunde werden nach hinten geführt und kriegen sofort den Maulkorb drauf. Und die verknüpfen sofort die Situation oder die neue Situation mit mir. Oh, die alte. Die ist aber hartnäckig. Und es dauert teilweise bis zu einer Stunde, bis wir da einen Maulkorb drauf kriegen, weil die Hunde möchten das ja dann auch nicht, weil sie ja vielleicht auch bei den Ex-Besitzern gelernt haben, nee, das will ich nicht und das will ich nicht und das will ich nicht und dann wollen die sich natürlich auch bei uns keinen Maulkorb aufziehen lassen. Und wir setzen denen aber einen Maulkorb drauf. Also ich lange da nicht unbedingt dann auch mit meinen Händen hin. Wir haben ja dann auch so zwei Stangen, wo wir den Maulkorb so auffädeln und dann wird mit der Stange dann dieser Maulkorb aufgesetzt und dann beißen die natürlich in die Stange und dann beißen die natürlich in den Maulkorb und dann beißen die natürlich auch mal in das Leder des Maulkorps und dann ist das sofort innerhalb von ein paar Sekunden kaputt. Und dann richten wir das wieder und dann bin ich da einfach wahnsinnig stur. Und dann lernen die Leute oder die Hunde sofort, oh, die ist aber ausdauernd. Und ich glaube, das war eben auch so eine Sache mit diesem Kangal. Wir haben den, wie gesagt, dahinter geführt und ich habe ihn dann, ja, halt einfach den Maulkorb aufgezogen und der hat sofort gemerkt, mit der geht es nicht. Und der ist nett. Also der ist wirklich nett, der Kangal. Also ich hatte mir ja dann auch am Anfang gedacht, als er aus dem Auto gestiegen hat, alter Falter, kann ich das? Bin ich das überhaupt gewachsen? Der ist aber cool. Und dann war die zweite Situation eben mit diesem Kangal, als wir ihn dann eben im Maulkorb aufgesetzt haben, war die zweite Situation. Wir haben Hunde im Nebenauslauf nach und nach rausgelassen. Und dann ist er natürlich Kangal typisch nach vorne geknallt und hat gesagt, das ist mein Territorium. Und die Isabel und ich, wir haben uns dann vor ihm hingestellt, vor ihm hingestellt, im Außenfokus. Wir haben uns aber quasi die anderen Hunde angeschaut. Also wir sind nicht frontal zu ihm gestanden, sondern mit dem Rücken zu ihm gestanden. Und wenn er nach rechts geknallt ist, dann sind wir rechts und haben ihn da so einfach mal weggeschubst vom Zaun. Und wenn er nach links geknallt ist, wir haben ihn einfach nicht an den Zaun gelassen. Und das war auch so krass, wie schnell er das sofort verknüpft hat. Okay. Zaun knallen ist auch nicht. Und er verknüpft ganz schnell jetzt Sachen. Und das finde ich mega. Also ich, also gerade ich auch lerne wahnsinnig viel von diesem Hund. Es ist auch sehr interessant, wie weich der schon geworden ist, dieser Hund. Am Anfang haben wir ja kaum mit zwei Leuten hinterführen können. Mussten tatsächlich einer rechts, einer links gehen. Und ja, heute führe ich ihn schon alleine. Und heute hat er mal kurz gesagt, er macht mal einen Abstecher nach links. Aber er ist einfach nicht mehr so übel. Er nimmt nicht mehr seine ganzen 60 Kilo, sondern er nimmt nur noch so 10 Prozent seine 60 Kilo. Und dann bin ich mal einen Schritt und zwei Schritte in seine Richtung nach rechts gegangen. Und dann habe ich ihn aber sofort wieder eingesammelt. Also es ist Wahnsinn, wie schnell der tatsächlich lernt. Klar, es hat natürlich auch da wieder die Wiederholungen gebraucht. Also dieses rechts gehen, links gehen, rechts gehen, links gehen, rechts gehen, links gehen, bis er das dann irgendwann mal gelassen hat. Wir sind auch immer am Anfang, die ersten zwei Tage zu zweit mit Stop and Go. Wir sind stehen geblieben. Wir sind sitzen lassen. Dann sind wir wieder weitergegangen. Einen Meter, dann sind wir wieder stehen geblieben. Dann haben wir wieder sitzen lassen. Dann sind wir weitergegangen. Wir haben ganz viel eben Stop and Go gemacht. Und schon ist der ganze Hund wirklich entschleunigt. Und das ist echt krass. Also das ist richtig krass. Also ich möchte ihn jetzt nicht unbedingt mit drei Jahren noch da haben, bin ich ganz ehrlich. Weil so ein echter, man muss ja jetzt schon mal sagen, ein echter türkischer Kangal, wie gesagt, jetzt mit neun oder zehn Monaten, schon 60 Kilo auf der Waage, den jetzt dann natürlich mit drei Jahre, vier Jahre zu haben, hätte ich ihn jetzt nicht genommen, wenn der mit Beißverfällen gekommen ist. Aber es ist so, so, so cool, dieser Hund. Und vor allem, er hatte ja eigentlich keinen Hundekontakt jetzt die ganze Zeit. Und wie der, wie der wunderbar kommuniziert mit anderen Hunden, das ist auch Wahnsinn. Also, das ist natürlich die Sache. Und wenn ich auf einen Hund zugehe, auch als Trainer, und da so ein bisschen Mimimi mache und da ein bisschen lustig bin, die Hunde, die durchschauen uns natürlich sofort. Klar, es ist natürlich auch, wenn ich jetzt da als Trainer hingehe und ich fotze sofort den Hund durch und ich schreie den sofort an, dann wird er natürlich auch sagen, nee, zu der Dianne möchte ich nie wieder auf den Hundeplatz gehen. Also, das darf da natürlich nicht sein. Aber zu dieser gewissen Einstellung, diese, genau, diese empfundene Stimmung, diese Neutralität, dieses aber auch Abschirmen, ich möchte das jetzt nicht und ich möchte das jetzt nicht, ist mega. Also, das ist wirklich schön und das ist immer dieses große Problem, dass Leute abgrenzen, gleich immer so mit Aggression sehen und abgrenzen immer mit, der Hund darf nichts und abgrenzen immer gleich mit anschreien und wegschubsen. Aber das ist es eben nicht. Und ich sage ja auch öfter mal zu den Leuten, grenzt euch ab und es ist immer das Gleiche. Nein, au ab und so. Ich sage, jetzt seid doch nicht so aggressiv. Also, abgrenzen, wie gesagt, heißt nichts mit negativer Stimmung zu tun. Hunde lernen über positive und negative Erfahrungen, wird ein Verhalten verstärkt, hat der Hund natürlich Erfolg, dann wird es häufiger gezeigt und wird ein Verhalten ignoriert oder bestraft. Also, kein Erfolg wird es seltener gezeigt. Wobei, bei dem Ignorieren muss man ja auch schon wieder schauen. Wenn ich als Mensch ignoriere, ignoriere ich wirklich, also wirklich oder drehe ich mich zum Beispiel um, dann ist das ja auch schon wieder ein Erfolg, womöglich für den Hund. Wenn ich nach Hause komme und mein Hund springt mich an und ich reagiere auf meinen Hund, indem ich umdrehe oder indem ich mich umdrehe, dann ist das kein Ignorieren. Dann ist das eine Reaktion auf hündisches Verhalten. Also, der Hund springt mich kurz an, warum auch immer, er reglementiert mich, er freut sich, er kann vielleicht sich jetzt wirklich nicht so richtig einschätzen, aber ich reagiere drauf. Weil viele Leute drehen sich immer um beim Ignorieren. Dann sage ich, warum drehst du dich denn jetzt um? Ja, ich ignoriere meinen Hund. Das ist kein Ignorieren. Also, Ignorieren heißt, ja, ich gehe in das Haus, mein Hund springt mich an und ich gehe weiter. Ich gucke nicht nach rechts, ich gucke nicht nach links, ich gucke nicht nach oben, ich gucke nicht nach unten, aber ich bin auch nicht so verkrampft, dass ich sage, ich darf meinen Hund nicht angucken, ich darf meinen Hund nicht angucken, ich darf meinen Hund nicht angucken. Also, das ist kein Ignorieren, wie gesagt. Das ist eine Reaktion auf meinen Hund. Aber unbedingt beachten, das muss man eben auch strafen, kann auch ein Erfolgserlebnis sein, wenn der Hund dadurch Aufmerksamkeit bekommt. Es ist oft besser getadelt, geschimpft oder bestraft zu werden, als wenn man gar nicht beachtet wird. Das muss man auch immer. Viele Hunde springen die Leute an und genau, die schubsen dann runter. Sie sind nicht gerade sehr nett und trotzdem macht es der Hund wieder, weil der Hund lieber, wie gesagt, es hat, dass er jetzt geschimpft wird, aber er hält es jetzt nicht aus, dass du dich jetzt mit deinen Nachbarn unterhältst. Ich unterhalte mich mit meinen Nachbarn, der Hund ist gefrustet, er springt mich an und wie gesagt, dann ist dem gefrusteten Hund ein Runterschubsen wesentlich lieber als, dass du ihn jetzt nicht anschaust und dass du mit den Nachbarn redest. Und selbst wenn der Hund durch Strafe sein unerwünschtes Verhalten unterbricht, wird er es in Zukunft mit hoher Wahrscheinlichkeit häufiger zeigen oder auch das Bellen, weil die Hunde, wenn sie bellen, dann reagieren die, er hört zwar dann auf, aber er hat wieder auch meine Aufmerksamkeit. Dann lade ich mich eben vielleicht wieder mit meinem Partner unterhalten oder mit meinem Kind irgendwas machen oder mit meinem Zweithund irgendetwas machen und genau, ich schimpfe ihn zwar, vielleicht nehme ich ihn auch wirklich und schicke ihn auf die Decke und bin wirklich vielleicht migrantig, trotzdem hat der Hund das erreicht, was er wollte, nämlich du bist aufgestanden und bist eben von der Couch runtergegangen, hast das Gespräch mit deinem Partner beendet oder das Kuscheln mit deinem Zweithund oder das Telefonieren. Wir haben ja tatsächlich Hunde, die beim Telefonieren völlig austicken. Wenn die Leute telefonieren, ticken die Hunde aus, weil man natürlich ja ab dem Telefon irgendwie so, diesen Hund jetzt irgendwie davon abzuhalten, zwar jetzt schon irgendwie gedämpft, aber der Hund hat es doch geschafft, unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Also auch da schauen. Lernvoraussetzungen, die Rahmenbedingungen müssen passen. Ein großes, großes, großes Problem natürlich für mich als Hundetrainer, wenn ich halt merke, boah, die Mensch-Hund-Beziehung, das geht gar nicht. Also der Hund ist jetzt irgendwie viel zu sensibel für diesen Menschen. Jetzt nicht, dass ich jetzt diesen Menschen jetzt komplett als Hunde untauglich irgendwie ansehe, aber es ist der falsche Mensch. Also der müsste jetzt vielleicht wirklich irgendwie so Labrador bekommen, so wo man hält, Sitzplatz, aber der hat jetzt vielleicht sich ein Wippet geholt und das passt halt irgendwie so jetzt gar nicht. Umgekehrt ist es dann aber halt auch, ja, wenn ich eine Person habe, die sich vielleicht nicht durchsetzen kann und diese Person holt sich jetzt vielleicht einen Rottweiler oder einen Mali. Ich habe ja selber so einen Mali, der sehr intelligent ist und manchmal zu intelligent ist für mich, aber der braucht natürlich auch Menschen, die einen Plan haben und die Durchsetzungsvermögen haben und die eben auch mal Nein sagen können. Und wenn ich nicht Nein sagen kann bei einem Mali, ist das nicht so ganz gut. Wenn ich nicht Nein sagen kann bei einem Labrador, dann ist das als ohne die Hunde runterzuwerten und ohne um die anderen jetzt böse darzustellen zu lassen, aber dann ist das halt nie so ganz schlimm. Und genau, und wenn aber der Mensch dann lobt und der Mensch ist aber so ein bisschen ein Grobmotoriker und haut dann den Hund schon halb die Rippen kaputt, wenn er den eben lobt, ja, dann ist das halt eben auch nicht so gut. So, jetzt lobt mal deinen Hund und der Hund, meine Lunge wird jetzt gerade hier komplett ausgelüftet. Die Haltungsbedingungen, ne, das ist, ja, wenn der, wenn der Kangal irgendwo in einer Drei-Zimmer-Wohnung leben muss oder, ja, der Auslandshund jetzt tatsächlich, der, ja, wirklich jetzt vielleicht keine Menschen so mag, da jetzt in eine Familie kommt, wo es Kinder sind und das jetzt noch sehr eng ist und der Hund jetzt nicht wirklich ausweichen kann, dann ist das natürlich eine schlechte Lernvoraussetzung. Trotzdem muss man das irgendwie schauen, dass man das ja trotzdem irgendwie hinkriegt dann als Hundetrainer, aber manchmal ist man da leider Gottes halt auch so ein bisschen gehemmt. Die Übungen, haben wir ja schon gesagt, die müssen für den Hund Sinn machen. Für einen Mali macht es Sinn, 87 Mal Sitz zu machen. Der hat da einfach Spaß da dran, beim Herdenschutzhund nicht. Ne, und wenn ich dann natürlich den Mali rufe und sage, komm da zurück, dann kommt der zurück und dann findet er das toll, weil er ja wieder was vielleicht mit seinem Besitzer machen darf und die Isi schaut mich da an und sagt, meinst du jetzt ernst? Ja, du kommst jetzt da zurück. Und ich, meinst du es nochmal ernst? Ja. Also eben für die Isi, also meine Herdenschutzhundin, machen manche Sachen nicht so wirklich Sinn und die schaut mich dann auch öfter an und sagt, muss das jetzt sein? Ja, das muss jetzt sein. Wenn ich zum Beispiel auch mal meine, sie muss über ein Hindernis springen und die Isi sagt, ich kann doch auch außen gehen. Also warum soll ich jetzt drüber springen, wenn ich doch einen Schritt zur Seite gehen kann und da halt einfach außen gehen kann? Ne, Isi, ich möchte aber jetzt, dass du da drüber springst. Ja, aber ich kann auch außen gehen. Ja, jetzt spring halt einfach rüber. Okay. Ne, dann macht sie es dann schon, aber Sinn, wie gesagt, sieht die jetzt dann nicht großartig. Eine souveräne, Konsequenz und es ist halt immer dieses Schlimme, keine harte Führung. Sag ja, wenn ich zu den Leuten sage, sei doch mal konsequent. Sitz aus, stopp, stopp, stopp. Ich habe nicht gesagt, du sollst deinen Hund anschreien. Ich sage aber konsequent, mach jetzt Sitz. Oder, wenn er jetzt einfach aufgestanden ist, das dritte Mal, dann nehme ich ihm, dann leine ihn irgendwo halt mal an, auf der Decke. Ne, weil ich lasse mir ja von ihm nicht auf der Nase rumtanzen. Und, ne, es wird dann immer, Sitz, 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 oder, ach ja, lass ihn doch. Ne, ich möchte aber, dass der auf der Decke bleibt. Und wie gesagt, dann nehme ich ihn halt einfach und dann binde ich ihn da einfach auch mal an. Entspannter Atmosphäre ohne Angst und Stress. Lernen, und auch das ist eben wieder das Problem. Wir sind ja diese Lehrer und lernen sollte eigentlich etwas Tolles und Interessantes sein und, ja, sollte dann auch zum Erfolg führen. Ja, und dann, Sitz, Platz, Fuß. Ganz interessant finde ich das immer, wenn dann die gleichen Leute zum Beispiel beim Aquiliti sind und dann, na, die sagen dann zum Beispiel, hüpft über das Hindernis zu dem Hund und der hüpft nicht drüber. Dann machen wir sich immer einen Ast vor, guck mal, ist das witzig. Oder wir machen Tricktraining und der Hund, ich sage zu dem Hund, ähm, weiß ich nicht, Salto rückwärts und der macht den Salto vorwärts und dann wird das irgendwie belächelt und dann findet das jeder irgendwie gar nicht schlimm. Wobei es ja genau das Gleiche ist, ob ich ja zu meinem Hund sage, setz dich da hin oder ich sage zu meinem Hund, hüpft da mal über dieses Hindernis drüber. Es ist das Gleiche. Ich sage, und er soll es eigentlich machen. und es wird halt immer so ein bisschen bewertet, ne, so, ja, Unterordnung, Sitz, Platz, bleib, das muss er machen und das andere Spaß. Nee, aber eigentlich, also das war wieder in diesem blöden Wort, eigentlich, eigentlich ist es doch das Gleiche, ob ich zu meinem Hund sage, Pfötchen und er dreht sich oder ich sage zu meinem Hund, Sitz und er legt sich hin. Ist eigentlich das Gleiche. Wir haben, wie gesagt, aber bloß immer diese, ja, diesen, diesen, diesen Knoten im Kopf, ne, so, Sitz, Platz, bleib, ich sage ja, ist Unterordnung und das andere ist Trickdog. Das hört sich schon ganz anders an. Agility, Unterordnung, Treibball, Unterordnung, Flyball, Unterordnung, Apportieren. Aber eigentlich, es ist das Gleiche und ich sollte immer der motivierte Lehrer sein. mir ist egal, was ich mache. Ein Sitz kann ich genauso nett sagen, ein Leg dich kann ich genauso nett sagen, ein Bleib kann ich genauso nett sagen. Ich kann aber genauso gut sagen, spring jetzt darüber. Macht aber keiner, weil es ist ja Hundesport und das andere ist ja Erziehung. Überleg dir mal, was wir oder wie wir eben unterscheiden bei solchen Sachen. Kleine Trainingsschritte, regelmäßig Wiederholungen und Vertiefungen, also Automatisierung, aber nicht nur diese Automatisierung oder diese Ritualisierung für den Hund, sondern auch für uns. Weil ich muss ja auch quasi das automatisch machen. Ich muss zum Beispiel Hunde wegschicken. Ich muss zum Beispiel, wenn ich in eine Hundebegegnung reinkomme, meine Hunde hinter mir schicken. Und wenn ich das natürlich nur einmal in der Woche mache, dass ich zu meinen Hunden sage, du geh mal hinter mir, dann, genau, dann haben wir halt einfach dieses große Problem. Kann ich ja auch wieder so ein Beispiel von mir nehmen. Ich sage ja, ich erzähle ja öfter mal auch wieder, wo ich mal, ja, was heißt, versage. Aber ich habe mir mal gedacht, ich arbeite mit meiner Fee ein Down aus, also hinlegen, schnelles Hinlegen auf Bewegung. Und das haben wir dann erst eben in der Leinführigkeit mit aufgebaut, dass ich dann in Gehen, so ein bisschen ins Down geschickt habe. Ich habe es natürlich erst mal im Stehen gelernt, dann im langsamen Gehen, dann einen Schritt gehen, Stehen bleiben, Down, einen Schritt gehen, Stehen bleiben, Down, dann eben in der Bewegung rein, dann im Apportieren. Ich habe den Apportier-Dummy weggeworfen, ich habe sie hinterher geschickt, ich habe Down gerufen, so. Ich habe das alles schön gemacht. Mein Hund hat das auch wirklich mit Bravour gemacht. Das große Problem ist dann natürlich, wenn der Hase kommt beim Spazierkack und man alles ruft, außer Down. Ich kriege dieses Down nicht über die Lippen, Leute. Ich kriege alles über die Lippen. Ich kriege ein Leg dich und ich kriege einen Platz über die Lippen, aber ich kriege keinen Down über die Lippen. Und ich kriege das, das hat mein Hirn, obwohl ich es mindestens tausendmal gemacht habe, hat das mein Hund aber noch nicht, äh, mein Kopf noch nicht so verknüpft. Und das geht nicht rein und das habe ich nicht geschafft, ritualisiert bei mir zu bekommen. Mein Hund, wie gesagt, der macht das toll. Aber das bringt ja nichts, wenn er das toll macht, wenn, wie gesagt, ich beim Spaziergang bin, der Hase kommt und ich rufe da mich. Also, schaut dann eben auch da mal drauf. ne, also, nicht nur der Hund ist ja eben das Wichtige, sondern ihr seid ja das Richtige. Und manchmal verkompliziert man halt einfach auch Sachen und, genau, wenn es mal nicht klappt, wirklich mal überlegen, warum es nicht klappt. Weil ich vielleicht so eine Handbewegung komisch finde oder weil ich jetzt eben dieses Kommando ein bisschen komisch finde oder weil ich das halt eben nicht sage und mir das nicht einfach über die Lippen komme, wie gesagt, dann bringt es nichts. Also, Hund muss automatisieren, Hund muss ritualisieren, aber wir auch. Es sollte eine mittlere Anstrengung sein, keine Überforderung, eine mittlere Anstrengung wir klären fördernd. Der Erfolg muss allerdings garantiert sein. Also, wenn ich jetzt natürlich und das wird ja auch sehr häufig gemacht mit Hundebegegnungen Einzeltraining, ja, was bringt mir das denn? Also, ich habe ja ganz am Anfang auch von meinen Hundetrainer-Karriere, als ich da angefangen habe, ja, habe ich immer Einzelstunden mit aggressiven Hunden gemacht. Das hat dann aber natürlich nichts nicht gefruchtet, weil die Problematik war, wir sind dann immer spazieren gegangen und im Dorf, wo die Leute gelebt haben, waren die natürlich schon verrufen und wenn dann wir gekommen sind, dann sind alle Nachbarn abgehauen. Also, wir konnten ja quasi gar nicht trainieren und dann habe ich immer Geld kassieren müssen für irgendetwas, was ja da nicht so wirklich trainiert wurde und das hat ja den Leuten immer auch gar nichts gebracht und seitdem mache ich aber eben auch Hundebegegnungsstunden auf dem Hundeplatz. Wenn Leute anrufen und sagen, sie möchten eine Einzelstunde, weil ihre Hunde oder ihr Hund Probleme in der Hundebegegnung hat, sage ich, bringt uns gar nichts. Wir können uns das natürlich einmal zu Hause anschauen und wir können natürlich nochmal die Basis durchsprechen und wir können ja auch gerne einmal alleine gehen, um zu gucken, wie gehst du aus der Haustür, wie ist schon mal deine Leihenhaltung, wie ist deine allgemeine innere Einstellung, wie ist deine Körpersprache, wenn du nach draußen gehst, aber danach muss der Hund ganz schnell in eine Hundebegegnung rein und da ist, wie gesagt, so eine mittlere Anstrengung dran, aber auch wichtig. Also, dass der Hund zwar Hunde sieht, aber dann vielleicht nicht halt in eine Hundegruppe gleich reingeschmissen wird, dass der dann vielleicht außerhalb des Grundstücks steht oder dass die erste Stunde ist bei mir grundsätzlich am Auto mit diesen Hunden, weil die ja schon mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Problem haben, nämlich im Auto schon schreien, schon toben und genau, da machen wir natürlich das Training am Auto oder im Auto. Da gehen wir natürlich jetzt nicht auf den Hundeplatz und verlangen schon irgendetwas, sondern der Hund ist im Auto gesichert und genau, dann einfach warten im Auto und dann habe ich aber auch schon Leute gehabt, die ich nach 20 Minuten heimgeschickt habe, sage ich so und das war es jetzt. Ja, aber wie? Das war es jetzt. So, dein Hund ist durch, der hat das jetzt super gemacht, der hat das jetzt geschafft, dass der jetzt 10 Minuten die Klappe hält. Jetzt machen wir die Autoklappe zu und du fährst heim, bevor der vielleicht jetzt nochmal den Fehler macht und vielleicht wieder anfängt damit. Ja, aber nein, das war jetzt eine total tolle Impulskontrolle, es war eine total tolle Frustrationsübung, dem geht jetzt gerade die Kraft aus und der wird mit hoher Wahrscheinlichkeit jetzt nach einer halben Stunde wieder anfangen zu bellen und dann kriege ich ihn nicht mehr ruhig und dann habe ich im Bellen den Hund den ich ins Auto reintun, das möchte ich nicht. Und nächstes Mal machen wir dann vielleicht 40 Minuten und übernächstes Mal machen wir dann eine Stunde und der Erfolg gibt ja dann auch immer recht. Belohnung muss man halt immer schauen, je nach Hundekarakter, was ist denn jetzt eine Belohnung, ist ein Klicker, ist Futter, ist Spielen, ist Streicheln eine Belohnung, aber auch, was möchte ich wieder oder ja, was in letzter Zeit leider Gottes, ja, wie soll ich mir das jetzt sagen, immer wieder gemacht wird, es wird sich immer so auf dieses Futter verlassen und ich finde das so tragisch, wenn der Mensch sich rauszieht und es wird sich, wie gesagt, halt einfach nur auf das Futter verlassen. Der Hund macht was gut und er kriegt einen Keks reingesteckt und ich finde das so tragisch, weil Hunde sind halt einfach soziale Lebewesen und ein Hund braucht mehr als einen Keks, der braucht einen Menschen, der sich echt freut und ich freue mich da halt echt immer an Schlitzel, wenn der Hund ja zum Beispiel fünf Meter Fuß läuft. Ja toll, du bist weltbeist, du bist toll und ich habe mich wahnsinnig gefreut am Sonntag bei der Hundebegegnungsstunde, da haben wir tatsächlich die Hunde mal ohne Leine rumlaufen lassen und da war eine Frau, die kommt von sehr weit her, die fährt schon anderthalb Stunden einfach zu mir und ja und die kommt seit ungefähr ein Jahr, anderthalb Jahren zu mir und wir haben es geschafft, nach anderthalb Jahren, dass der Hund ohne irgendwie ein Gemotze in der Hundegruppe drin steht und ich habe mich einfach gefreut mit dem Schnitzel und ich habe das auch gesagt und ich hatte echt Tränen in den Augen und die Besitzerin hat wirklich dann geweint, weil ich gesagt habe, hey, ohne Scheiß, du machst das so toll, Hund und ich habe eher so zu dem Hund gequatscht, ich habe mir zu dem Hund am Boden hingesetzt und habe dann zu dem Hund gequatscht und gesagt, hey, du bist so mega geil und ich glaube, deine Mama, hey, die ist so stolz auf dich und boah, ich bin jetzt gerade so stolz auf dich und ich hatte dann eh schon so ein bisschen Tränchen in den Augen und dann gucke ich nach oben und denke mir, oh Gott, jetzt weint die Frau und die hat einfach geweint und sagt, hey, ich finde das so geil von dir, Diana, weil du bewertest das tatsächlich auch mal mit und nicht, ja, jetzt haben wir anderthalb Jahre trainiert und das muss ja so sein, sondern ich freue mich da und das nehme ich jetzt nicht als selbstverständlich, dass ein Hund, der, ich weiß jetzt nicht, wie alt er ist, fünf oder sechs Jahre, wirklich massiv in Hundebegegnungen reingegangen ist, also wir reden von Massiv, wir reden von Beißen, wir reden von völliger, also wirklich völliger Hysterie und völliger Eskalation zum Hund, der zwar noch ein bisschen angespannt ist, ja, aber sich beherrschen kann, an die Mama andockt und natürlich bewerte ich das und natürlich sage ich, hey, mega cool, hey, mega super toll und das freut mich und ich so, ja, das ist ja dann logisch, das hat er ja zu tun und das finde ich halt auch immer, ne, die Leute können sich auch gar nicht mehr freuen und gerade auch, was so Kommando-Lernen angeht, ich hatte mal auch eine Frau bei mir im Training, die hatte einen, die hat einen Pudel, also den Pudel gibt es immer noch und die Frau war sehr lange eben auch bei mir im Training und die Hunde konnten wahnsinnig viel, ne, also wirklich fast salto rückwärts und ganz viel Distanzarbeit und Apportieren und alles toll und dann ist mir aber irgendwann mal auch aufgefallen bei ihr, dass sie nur noch die neuen Sachen trainiert, äh, lobt, ne, also, wenn der eben den Salto rückwärts gemacht hat, dann hat die das gelobt und alles toll, Sitz hat die nicht mehr gelobt, Platz hat die nicht mehr gelobt, dann, ein Monat später, wenn er dann den Salto rückwärts gekonnt hat, ist das auch ein bisschen weniger geworden, wenn er den Salto rückwärts mit so einem Doppelachser oder keine Ahnung, was das dann noch heißt, ne, so vom Turmspringen mit fünffachen Looping, da hat sie sich dann wieder gefreut und dann habe ich das mal so mir beobachtet über längere Zeit, da habe ich gesagt, du, kann das eigentlich sein, dass du Sachen, die dein Hund dann gut kann, nicht mehr so bewertest, nicht mehr so wahrnimmst, nicht mehr so als toll anziehst und schaut sie mich an, nö, und dann kam sie eine Woche später, sagt sie, lerne voll krass, ja, also alles das, was die können, ja, ist schön, ne, aber du hast recht, ich habe da schon so eine Abstufung, Sitz, ja, das sollst du ja können, das musst du ja können, das ist ja nichts und die großen Sachen, wie gesagt, oder die neuen Sachen, die werden bewertet, die werden wahnsinnig hoch, ne, toll und super und dann hat sie wieder angefangen, ihre kleinen Sachen auch mal zu loben und gesagt, hey, meine Hunde sind jetzt wieder viel, viel, viel motivierter, ja, weil ich eben auch mal kleine Sachen lobe und es ist eben auch mal nicht selbstverständlich, dass unsere Hunde Sitz machen, wenn wir Sitz sagen, also von dem her, klar, lobe ich bei meinen Hunden jetzt auch nicht jedes Sitz, das müssen sie dann auch mal wirklich machen, zum Beispiel beim Tierarzt, da müssen sie sich einfach mal hinsetzen, auch wenn es jetzt mal nicht ganz schön ist für sie, aber trotzdem kann ich mich da auch freuen darüber, ne, und trotzdem, ähm, sage ich, du, es ist eigentlich nicht, ja, ne, Voraussetzung oder es ist jetzt nicht, ja, üblich, dass du jetzt da einfach einen Sitz machst für mich, also auch da mal echt drüber nachdenken und eben Ruhe und Schlafen nach dem Lernen, ne, und Vermeiden von Konflikten nach der Lerneinheit, also das heißt, wenn wir denn jetzt da wirklich irgendwas lernen möchten mit unseren Hunden, dann danach auch den Hund Pause gönnen, den Hund einfach mal wegpacken, den Hund dann tatsächlich einfach mal, ne, von mir ist ja ein separates Zimmer, aber nicht dann danach zum Spielen mit den Kindern in den Garten, das machen wir jetzt eben auch mit dem Kangal, ähm, wir wussten ja nicht, wie er in der Hundebegegnung ist und dann haben wir den, ähm, mit einem netten, großen Mioritisch laufen lassen, eine halbe Stunde und dann haben wir den aber auch gepackt und sofort ins Zimmer und Rollo auch mal eine Viertelstunde, 20 Minuten runter und den einfach nur mal, ja, das verarbeiten lassen, das war ja eben auch wichtig, dass der dann, nur, nicht vielleicht nach zwei Stunden so überfordert ist und eine Rauferei mit denen anfängt und dann, und dann tut man sie dann nämlich meistens in das Zimmer rein und was lernt er natürlich oder was verarbeitet er? Die Rauferei und das wollte ich halt gar nicht haben und heute habe ich mit, mit einem unkastretten Rüden laufen lassen, mit einem Dalmatiner, der auch ein bisschen aufdringlich ist, ich wollte ihn da einfach auch mal testen und weil er mit hoher Wahrscheinlichkeit auch einen Interessenten hat und dann habe ich gleich dieses Video auch rüber geschickt zu sagen, ich schaue, hier hat er einen unkastrierten, zweijährigen, aufdringlichen Dalmatiner, auch da habe ich nach 20 Minuten oder sowas getrennt, habe den dann wirklich ab ins Zimmer, Rollo, kurz runter und das einfach verarbeiten lassen, weil es so gut war, was er da gemacht hat. Dann haben wir ja schon gesagt, Prägung, Prägung allgemein, junge Hunde reagieren eben besonders offen und anpassungsfähig auf ihre Umwelt und während ihrer Entwicklung treten eben bestimmte Zeitabschnitte die sogenannten sensiblen Phasen auf und in denen fällt es ihnen halt leichter, schon leichter, muss man sagen, als einen 3-, 4-, 5-jährigen Hundinformationen abzuspeichern. Aber diese Aussage irreversibel, das ist anscheinend tatsächlich genau genommen nur tatsächlich bei Vögeln, bei Säugetieren besteht die Möglichkeit des Umlernens. Deswegen, wenn ich, wie ja hier gerade auch von der Julia die Frage war, mein Hund Probleme hat jetzt mit Kindern, weil das tatsächlich in der Prägefase ziemlich doof gelaufen ist, kann ich da aber noch was dran ändern. Ob der dann der super Kinderfreund wird, glaube ich immer dann auch nicht. Also das sage ich auch immer zu den Leuten, die Probleme in der Hundebegegnung haben, du, ich weiß nicht, ob wir das schaffen, dass dein Hund in der Gruppe mit fünf Hunden völlig ausgelassen und völlig witzig da umeinander springt. Aber ich glaube, das sollte halt einfach auch nicht unser Ziel sein. Aber unser Ziel, und das können wir schaffen, dass er mehr oder weniger stressfrei damit umgehen kann, dass man mehr oder weniger halt einfach, da hinten ist ein Hund, komm jetzt einfach mal her und wir gehen jetzt da weiter und der eskaliert nicht und der reißt mich nicht aus der Bahn und aus den Latschen und lenkt vielleicht um. Das kriegt man dann schon immer hin und das ist ja eben auch das Gute. Es dauert halt länger, als wenn er es, ja, sag ja, sofort gut gelernt hätte und wie gesagt, wäre das halt einfach optimal gelaufen, dann wäre er halt neutral da gewesen und dann, ne, wäre er vielleicht ein total toller Kinderfreund geworden und so, da kommt ein Kind, ja, okay, ich gehe mit der Mama vorbei. Aber das kriegt man, wie gesagt, schon hin. Wie gesagt, es gibt zwei Abschnitte, das ist eben sehr wichtig, die eher der erste Abschnitt, der ist, ja, es kommt halt immer darauf an, wer das umschreibt, also ungefähr zwölfte Woche, manche sagen auch sechzehnte Woche, manche sagen ja sogar bis zur zwanzigsten Woche, ist eben diese sensible Phase und ganz, ganz, ganz wichtig ist aber dann der zweite Abschnitt der Pubertät und viele haben ja leider Gottes dieses Problem, dass die erste Phase sie gar nicht miterleben können. Wenn ich mir ja zum Beispiel einen Hund aus dem Ausland hole, der braucht ja dann schon seine Tollwutimpfung und der kann ja dann vielleicht auch erst mit viereinhalb Monate hier einreisen, bin ich ja eigentlich fast schon mit meiner sensiblen Phase ja durch bei den Welpen. Dann, wie gesagt, kann ich aber in diesem zweiten Abschnitt in der Pubertät nochmal wahnsinnig viel aufholen. Den Fehler, den viele eben machen, ist, dass die in der Regel immer nur die erste Phase machen. Da nehmen sich die Leute Urlaub, da nehmen sich dann die Leute Zeit, da gehen sie dann in die Hundeschule, da machen wir es. Ja, und dann ist der Pupsi, dann weiß ich nicht, zehn, elf Monate alt, wenn wir jetzt einen größeren Hund haben, vielleicht auch schon zwölf Monate alt. Ja, und dann ist der Alltag mit dem Hund schon und dann hat man vielleicht da ein kleines Problem und da ein kleines Problem, dann kommt er in die Pubertät und dann wirkt man sich irgendwie so durch diese Pubertät und prägt da aber nicht nach. Und dann kann es aber auch passieren, dass dann der Hund tatsächlich im Leben oder im späteren Leben dann vielleicht auch nochmal ein Problem mit dem einen oder anderen Reiz bekommt. Kennzeichnung eines Prägevorgangs, es ist immer ein bisschen abhängig auch von dem Entwicklungszustand natürlich und den Ernährungszustand eines Hundes. Wenn ich jetzt einen Hund habe, der sehr schlecht ernährt wurde, der sehr, sehr, sehr mager ist, der ja vielleicht ein bisschen auch in der Entwicklung zurück ist, dann kann es sein, dass das so ein bisschen, also dieser Prägeding so ein bisschen weiter nach hinten geht. Wenn ich aber jetzt so einen dicken, fetten, vollgefressenen und ich rede jetzt bewusst fetten Welpen da habe, dann kann es eben auch mal ein bisschen früher enden. Wenn in der Zeit sehr, sehr, sehr viele Reize auf diese Welpen einprasseln, weil ich jetzt wirklich Montag Welpenspielstunde, Dienstag mit meinen Nachbarn und der Züchter hat vielleicht dann noch irgendwas und am Mittwoch gehe ich dann selber in die Stadt und am Donnerstag haben wir noch Bauernhof-Training und am Freitag, ja, da hat mein Sohn ein Fußballtraining und dann nehme ich ihn auch noch mit, dann kann das eben auch wieder früher enden, weil halt einfach der Speicher voll ist. Und genau, wenn in dieser Zeit halt weniger oder halt mäßig oder halt einfach normal, dann kann es eben auch ein bisschen länger dauern und es ist aber auch eben gekoppelt an dem Hormonsystem und dann haben wir wieder auch die Charaktere. Bei dem einen schaltet es halt eben eher ab und bei dem anderen dauert es halt eben ein bisschen länger. Ja, das haben wir ja schon gesagt, Langzeitstabilbestätigung über die zweite Prägefase, das ist eben ganz, ganz, ganz wichtig, diese zweite Prägefase. Es ist belohnungsfrei, ohne eben positive und negative Konsequenzen, angeborenes Erkennungsmuster und handaufgezogene Welpen werden, wenn man eben fremde Menschen und Artgenissen vorsetzt, eher zum Menschen tendieren. Das ist total interessant, handaufgezogene Wolfswelpen, dagegen eher dem Wolf, weil der Hund eben so eine doppelte Identifikation hat. Und es ist eben bei ganz vielen Hunden so, dass sie ja den Menschen tatsächlich den Artgenossen vorziehen. Das sehe ich ja auch immer bei meinen Hunden. Ich habe ja jetzt einfach auch fünf, also wir leben ja mit sieben Hunden zusammen, aber mit mir gehören ja fünf. Und die würden alle, selbst die zwei Youngsters, selbst die zwei Geschwister, mich jederzeit ihren Artgenossen vorziehen. Dann haben wir eben leider Gottes auch noch so eine Lerndisposition, die Veranlagung, beziehungsweise die innere Bereitschaft, etwas zu lernen. Das ist eben für mich als Trainer wieder sehr wichtig. Eine Bulldogge, ja, das ist halt eben eine Bulldogge. Und ein Kangal ist ein Kangal und ein Mali ist ein Mali. Und der Mali wird immer eine höhere innere Bereitschaft haben als auch eine Bulldogge oder ein Neufundländer oder auch ein Terrier. Und das ist eben wichtig. Und deswegen sind die Hunde nicht dümmer und deswegen sind die Hunde nicht dominant, was er dann auch immer sehr häufig kommt. Der Hund ist dominant, der macht keinen Sitz. Doch, der hat aber jetzt dreimal einen Netzsitz gemacht als Bulldogge, als Neufundländer, als Kangal. Und beim vierten Mal, ja, da fehlt ihm halt wirklich die innere Bereitschaft. Da fehlt ihm aber auch ein bisschen der Sinn dahinter. Und er weiß dann, ich muss mich jetzt eh gleich wieder hinsetzen und dann muss ich eh wieder aufstehen und dann muss ich mich wieder hinsetzen. Warum? Dann bleibe ich doch gleich sitzen und ich bleibe gleich stehen. Und das ist eben, wie gesagt, so wichtig. Und da präge ich und da präge ich und hau es meinen Trainern quasi die Rassekunde so rein. Weil ich sage, wir müssen da als Trainer immer mehr hin, die unterschiedlichen Charaktere und die unterschiedlichen Rassen mit ins Training reinzunehmen. Und wenn ich natürlich gemischte Gruppen habe, einen Hütehund, einen Herdenschutzhund, einen Terrier und da hinten ja, wirklich jetzt noch eine Bulldogge, dann bin ich als Trainer gefragt, dass ich jetzt den Herdenschutzhund vielleicht mal mehr Bleibübungen machen lasse, dass ich dann den Hütehund mehr diese dynamischen Übungen machen lasse, dass ich dann den Terrier ja, mehr Laufübungen machen lasse, wo der Terrier dann eher darauf anschlägt. Und ich muss eben diese Rassen mit in dieses Training mitnehmen. Und das finde ich halt immer so traurig. Wenn ein Kangal, dann Sitzplatz, Sitzplatz, Sitzplatz oder ich habe das letztens auch bei einer nordischen Rasse gehört. Ja, und man muss ja dich dann durchsetzen und dann machen wir, wie hieß es, die Rudelführerübungen, irgendwie sowas. Und dann habe ich gesagt, was ist denn das? Ja, Sitzplatz, 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 Sitzplatz. Dann sage ich, und du mit deinem nordischen Hund? Da scheißt dir doch was. Ja, aber ich bin der Rudelchef und das hat er zu machen. Ja, der hat ihm natürlich was geschissen. Angeborene Lerndispositionen, die genetisch bedingte Eigenschaften wie der Bewegungsapparat. Es gibt halt einfach Hunde, die können manche Sachen auch rein vom Bewegungsapparat nicht. Wie zum Beispiel die Herdenschutzhunde. Die sind hinten steiler gestellt als jetzt ein Hütehund. Der kann nicht so viel laufen, der kann nicht so viel springen wie der andere. Und das ist dann natürlich auch doof, wenn er das dann machen muss. Ich habe auch schon mal jemanden bei mir im Unterricht gehabt, der hat gesagt, er will eine Dogge als Reitbegleithund. Das ist natürlich nicht so ganz toll, weil er kann es halt einfach genetisch nicht. Genetisch kann eine Dogge nicht so laufen und nicht so lange laufen und vielleicht auch nicht so schnell laufen am Pferd wie jetzt ein Hütehund. Und der Hund kann eben nichts mit dem Pfoten halten und wird dann versuchen, es mit dem Maul zu lösen. Und wir haben aber auch Hunde, die schaffen es rein vom Bewegungsapparat nicht lange sich hinzusetzen. Es geht nicht. Hunde mit schwachem Bindegewebe, wenn zum Beispiel Berner Senna, das sind Hunde, die setzen sich kurz hin und dann legen die sich auch hin. Und es ist eben auch wichtig, dass wir das dann wieder erkennen, dass der Hund nicht dominant ist, sondern dass der das einfach vom Bindegewebe, von seiner Muskulatur gar nicht halten kann. Und dann lasse ich ihn doch dann halt einfach liegen. Und dann ist der Hund nicht dominant, nur weil er sich dann irgendwann mal hinlegt, weil ihm vielleicht dann auch die Kraft ausgeht oder ihm unter Umständen ihm da auch noch vielleicht was wehtut. Die Sinnesapparat ist natürlich auch so eine Sache. Auch da wieder die Bulllocken, die Brachycephalen docken, die bemühen sich und die können das auch. Und die Maya hat ja selber zwei Bulllocken und die macht auch Suchspiele mit denen. Und die brauchen halt ein bisschen länger, bis sie dann mit ihrer Nase was gefunden haben. Aber er muss das ja dann nicht so perfekt machen wie in Mali, aber er hat trotzdem Spaß da dran. Und ich finde das dann immer auch gemein. Ja, mit dem musst du das nicht machen, der stellt sich so doof. Ja, klar, schaut das dann vielleicht nicht super geschickt aus und super sportlich aus, was die machen, aber trotzdem können sie es. Und ich finde das halt immer, wie gesagt, dann diese Abwertung so schade. Der Lebensraum natürlich, ja, wenn ich einen Hund habe, der jetzt irgendwie aus Russland kommt und der dann da natürlich in Russland ein Fell bekommen hat, weil es jetzt irgendwie in Sibirien total kalt war und dann kommt er nach Deutschland, ja, den haut es halt hier erstmal um. Natürliches Verhalten, ja, ein Entlebucher bellt halt einfach. Es ist so. Ein Entlebucher, das ist reingezüchtet worden. Bei den Spitzen ist es reingezüchtet worden, dass sie hier jetzt bellen. Und dann wird das, oder es wird immer dann versucht, immer gegen die Genetik zu arbeiten. Und das finde ich halt immer schade, weil, wie gesagt, gegen die Genetik kann ich nicht arbeiten. Natürlich kann ich meinem Spitz beibringen, hey, jetzt bist du aber ruhig. Super, du hast das jetzt gesehen, jetzt übernehme ich. Das kann ich ihm natürlich sehr wohl beibringen, aber es wird immer ein Hund sein, der eher anschlägt als der Laborator. Und eben das Zuchtziel. Die Hüttehunde lernen halt eben leichter als der Herdenschutzhund oder der Terrier, der auf Eigenständigkeit selektiert wurde. Der Terrier muss im Bau alleine arbeiten. Ich finde es so schade, wenn es immer heißt, der Terrier ist dominant und stur. Nö. Ja, schreitlich, muss der vielleicht stur sein. Aber weil er stur unten bleiben musste, weil wenn ich eben in dem Bau drin bin, dann muss ich dann mir selber eine Lösung suchen und dann muss ich da halt stur dranbleiben. Sonst bin ich dem Fuchs oder den Dachs jetzt den Rücken zu drehen, dann bin ich halt einfach nicht mehr da. Ja, das ist halt einfach auch so. Erworbene Lerndisposition, das, was Julia gerade gesagt hat, die individuelle Vorgeschichte natürlich, die Haltungsbedingung und auch immer diese sensiblen Phasen. Die aktuelle Lerndisposition der Gesundheitszustand. Wenn der vielleicht eventuell Medikamente bekommt, wenn der eventuell eine Krankheit hat, wenn ihm irgendwas weh tut, dann kann der vielleicht gar nicht. Wie viele Hunde habe ich, die nicht hochschauen können, weil die nicht können, weil die halt einfach irgendwie was blockiert haben in der Halswirbelsäule oder weil die Muskulatur einfach zu kurz ist und die können nicht hochgucken und werden dann dafür bestraft, dass sie nicht gucken und werden dann als doof oder dominant oder was weiß ich dann wieder eingestellt. Und das finde ich ja so schade, wenn ich dann sage, ja, lass doch den Hund mal vom Osteopathen anschauen oder vom Hundephysiotherapeuten. Ja, wieso? Dem fehlt nichts. Mir ist aufgefallen, wenn du sagst, schau mich an, setz dich dein Hund hin und mal hin. Ich glaube, dein Hund kann nicht im Stehen hochgucken. Ach, geh, freilich kann er das. Nee, wir gehen ja drei Stunden spazieren, dem fehlt nichts. Muss ich mal ein bisschen hier um. Hormonhaushalt, Hormonstatus. Ja, wenn ich natürlich läufig bin als Hündin, dann kann ich da gerade nicht mehr lernen. Also wir haben gerade eine fürchterlich lästige Hündin in der Scheinträchtigkeit. Boah, die ist richtig übel. Also während der Läufigkeit war die ja ganz witzig, hat überhaupt gar keine Probleme gezeigt, war total mit jedem verträglich und war in der Rütengang drin. Sind ja alle kastriert und die hatten einen Heidenspaß und die Hündin, die war nett, die ist gelaufen, gelaufen, die hatte eine Lebensfreude. Heute kam ich nicht ins Zimmer rein. Also ich kam nicht ins Zimmer rein. Ich bin dann auch wirklich nicht mehr reingegangen, bis die Maja dann da war. Ich habe sie dann dringelassen. Ich habe gesagt, nee, also ich lasse mich heute nicht von der durchschießen. Und dann haben wir zu zweit irgendwie versucht, diesen Hund rauszuholen, weil die wirklich ihre Box verteidigt hat. Die war dermaßen, ja, miesepetrig und stuttenbissig und schlecht gelaunt und aggro und mit sich selber so im Unreinen und da habe ich gesagt, die lange ich jetzt gerade nicht an. Also um Gottes Willen. Wie gesagt, zu zweit haben wir sie dann irgendwie rausbekommen, Maulkorb auch drauf und dann haben wir sie auch rausgezogen und dann haben wir sie auf den Hundeplatz gemacht, wo sie sich nicht verstecken konnte und dann hast du gemerkt, okay, so langsam wird sie wieder ein bisschen klarer, aber da ist gerade im Moment gar nichts mit. Ja, weil die ist so in ihrer Scheinträchtigkeit, so ich kriege Welpen und ich glaube, mittlerweile hat sie sie schon so ungefähr, also denkt sie auch und also richtig übel. Stress, 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 wenn ich natürlich Dauerstress habe, wenn ich eine Helikoptermama, einen Helikopterpapa da zu Hause habe, wenn ich viele Kinder um mich habe. Aber ich hatte gestern wieder einen Hund, einen jungen Hund und dann hat der Mann halt auch gesagt, als ich gefragt habe, wie lange schläft denn der Hund? Ja, so 16 Stunden. Sag ich, oh, das ist noch ein bisschen wenig für deinen Welpen. Ja, 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 ja. Ja, wir haben halt fünf Kinder. Hm. Dann muss ich es aber irgendwie schaffen, dass ich meinen Hund auch mal raushole aus den fünf Kindern. Dann sind die fünf Kinder eben im Garten und können dann spielen und dann muss ich dann aber mal den Hund nehmen und dann vielleicht in mein Schlafzimmer. Das ist ja hoffentlich Tabuzone für Kinder dann. Und dann ist der da halt einfach auch da mal ein, zwei, drei Stunden drin zum Runterkommen. Das ist eben ganz wichtig. Individuelle Aktivitätsphasen. Es gibt eben Hunde, die sind eher vormittags agil. Es gibt Hunde, die sind eher mittagagil und es gibt Hunde, die sind eher abendsagil. Genauso wie bei Menschen. Das muss man natürlich auch mit einem planen. Und ja, die Umgebung. War der schon mal irgendwo? Dann ist er natürlich vielleicht aufgeregter. Oder kennt er das? Ja, wenn er das alles kennt, dann ist er nicht so schlimm. Ja, wenn er natürlich irgendwo neu war und das ist ein junger Hund, dann kann ich eben auch nicht so viel von ihm verlangen. Und dann muss ich mehr ins Management reingehen und da muss ich dann vielleicht auch mal als Mensch mir auf die Zunge beißen und sagen, ja, vielleicht sollte ich jetzt nicht das neue Kommando, was ich seit drei Tagen trainiere, hier abverlangen. Bloß, das ist ja immer das große Problem. Wir bewerten ganz viele Sachen, so auf menschliche Art und Weise. Oh, der Hund ist mir jetzt beleidigt und der Hund und der Hund. Aber solche Sachen, die werden dann wieder nicht bewertet. Dass vielleicht der junge Hund jetzt, wenn er das erste Mal beim Obi ist, völlig reizüberflutet ist und aufgrund dessen dann den Salterritt wird es jetzt gerade nicht schafft. Und dann wird es aber gewollt und gewollt und dann wird der Hund gepiesackt und das klappt dann meistens nicht. Und diese Zusammenwirkung aller Lerndispositionen, die setzt eben die Grenze dafür, was ein Hund aufgrund seiner Erbanlage, seiner Vorgeschichte und seiner Tagesverfassung lernen kann. Und es soll keine Ausrede sein. Also, was ich jetzt nicht mag, und das hat mir nämlich mal wirklich jemand so gesagt, dass ich das so gesagt habe, und das stimmt ja gar nicht, der Mann war bei mir und ich habe ihm aber gesagt, wenn der Hund oder wenn er denkt, dass sein Hund dieses Kommando nicht ausführt oder ausführen wird, dann soll er es gar nicht erst sagen. Jetzt hat der Mann aber das dann mir so in den Mund gelegt, dass er gesagt hat, im Unterricht, Sitz, 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 der Hund macht es nicht. Aber, Diane, du hast dir gesagt, wenn der Hund es nicht macht, dann soll ich aufhören, Stopp. Nein, so habe ich es nicht gesagt. Ich habe gesagt, wenn du denkst, dass dein Hund eh keinen Sitz macht, dann verlangst du keinen Sitz. Wenn du leider Gottes, und ich sage es jetzt bewusst, so dumm warst, und hast aber gesagt, Sitz, obwohl eigentlich die Situation es jetzt nicht so hergibt, dann tut es mir leid, dann geht es drei Meter zurück, aber dann musst du es leider Gottes jetzt schon machen, weil sonst lernt der Hund nämlich, ich mache keinen Sitz und ich muss es nicht machen. Aber das ist immer so, wirklich diese Intelligenz setze ich voraus und diese Intelligenz möchte ich halt einfach auch von meinen Leuten haben, dass wir mal runtergucken und dass wir mal so ein bisschen in die Gruppe gucken und dass ich dann mal einschätzen kann, ob der Hund neben dem bellenden, fixierenden, völlig aggressiven Hund jetzt tatsächlich einen Blickkontakt schafft. Oder ob das jetzt vielleicht ein bisschen besser wäre, wenn ich jetzt da rausgehe aus der Situation, ein bisschen 10 Meter Abstand, mich vor meinem Hund hinstelle, meinen Hund zusätzlich dann noch schütze und dann dann halt vielleicht einen Blickkontakt abverlange. Aber wie gesagt, zu sagen, schau mich an, schau mich an, schau mich an, schau mich an und dann zu sagen, ja, der eine, der guckt mich jetzt bestimmt nicht an, weil der Hund da hinten bellt, das ist halt dumm. Also das ist wirklich dumm und das habe ich auch nie so gesagt. Also mal schauen, schafft er das, kann er das, wow, einen Sitz, glaube ich, schafft er, aber er schafft jetzt halt einfach keinen schau mich an. Okay, dann begnüge ich mich doch mit dem Sitz. Dann soll doch der Hund jetzt einfach Sitz machen und soll sich die Sachen anschauen und dann muss ich jetzt natürlich noch keinen Blickkontakt verlangen. Und das ist halt immer ein großes, großes Problem, dass wir Situationen falsch einschätzen und eben die Erbanlage, die Vorgeschichte und die Tagesverfassung und die jetzige Situation, die gehört ja eben auch noch dazu, nicht so richtig mitnehmen in das Training und dann leider Gottes deswegen manchmal Bullshit da machen. Und es ist eben auch noch so wichtig, dieses Generalisieren, dass wir eben auch an unterschiedlichen Orten üben. Sonst haben wir eben einen Platz deppen. Wenn ich halt eben nur etwas zu Hause abverlange, dann wird der Hund das eben zu Hause auch können. Und, aber nicht automatisch, dann draußen. Also, wenn ihr draußen nie ein Deckenkommando verlangt, sondern immer nur in der Wohnung, dann könnt ihr es eben auch nicht beim nächsten Biergartenbesuch eine Decke hinlegen und sagen, Hund, geh auf deine Decke und verlang, dass der Hund da halt einfach draußen auf der Decke bleibt. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also, ihr müsst auch generalisieren, ihr müsst also mindestens zwei unterschiedliche. Also, deswegen ist schon mindestens, mindestens, am besten wären ja schon fünf, sechs, sieben, acht unterschiedliche Orte. Mal eine Decke hinlegen, mal eine Decke mit an den Wald nehmen. Das muss ja jetzt nicht eine super tolle, große Kuscheldecke sein. Dann trainiere ich halt zum Beispiel zu Hause, auch wenn ich eine Dogge habe, ein Handtuch an. Dann sage ich, du Dogge, du legst dich auch auf so ein kleines Handtuch mal drauf. Also, irgendwas, was so ausschaut wie eine Decke, auch wenn es jetzt klein ist, gehst du da mal hin und legst dich da drauf. Dann habe ich natürlich jetzt nicht, dass alle vier Pfoten von meiner Dogge auf dem Handtuch ist, aber das ist ja dann auch egal. Und dann nehme ich halt eben dieses Handtuch mal mit beim Spaziergang und dann lege ich das in den Wald hin und dann mache ich da auch mal mit meinem Hund im Wald mal fünf Minuten und geh auf deine Decke. Macht immer keiner. Das ist immer das große Problem. Und ich hatte das ja auch immer nicht gedacht und ich habe eben die Mali-Hündin auch zu Hause und die kann ja auch den einen oder anderen Trick und dann bin ich im Wald gegangen und da, klar, freilich, was machst du im Wald? Ja, Sitz machst du im Wald, Platz machst du im Wald, Bleib machst du mal im Wald. Alles ganz gut. Und dann habe ich mal ein Drehdich im Wald verlangt oder ein Pfötchen oder geh mal zurück. Und die hat mich angeschaut, sagt sie, hä, was willst du? Und ich so, Drehdich. Und sie so, nee, kann ich nicht. Weiß nicht, was du meinst. Und genau, das ist eben auch wichtig. Überall einfach auch mal alles. Alles machen. Apportieren, Tricks, Ruheübungen, Distanzsachen. Also überall mal alles. Und wir sind aber immer so, wir trennen. Wir machen vielleicht mal im Garten mit dem Hund Apportieren und in der Wohnung machen wir dann Kong-Arbeit. Aber nehmt doch dann vielleicht mal auch einen Kong mit nach draußen. Und lasst ihn dann vielleicht mal auch draußen auf irgendeiner Bank mal Kong knabbern. Ganz wichtig. Und Julia hat geschrieben. Und vor allen Dingen ist es halt, wenn es ausgesprochen ist, ja, genau, inkonsequent, wenn man dann dieses Kommando nicht durchsetzt. Und dann wird es aber meistens ja immer grob dann durchgesetzt. Und dann ist es halt auch wiederum nicht das, was ich ja möchte. Das ist immer das. Genau. Ich kann aber nicht sagen, sitz, 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 sitz. Ach, die Arne, der macht das jetzt nicht, weil er heute läufig ist. Und dann sagst du doch, ach, das sind immer so Sachen, wo ich dann immer so echt tief einschnaufen muss. Oder wenn die Leute dann kommen und sagen, am Ende der Stunde, ja, also ich habe heute eh nicht so viel damit gerechnet und der war heute echt schlecht. Und ja, wie sowas waren. Ja, wir waren gestern da und vorgestern da und dann ist der Papa noch krank geworden und dann ist der Hund noch läufig und blau und so. Dann komm doch bitte auch gar nicht in die Hunde. Wenn so viele Sachen draufgehen und du ja eh schon damit rechnest, dass der Hund das nicht macht und ich dann eh schon unmotiviert ist, weil ich ja vielleicht weiß, genau, dann bin ich inkonsequent und ich verliere, wie die Julia schreibt, gegenüber meinem Hund auch das Gesicht. Und ich werde unfair. Alle manchen Sachen setze ich es ja dann doch durch den Schrein an. Dann haben wir eben unterschiedliche Lernformen. Obligatorisches verpflichtendes Lernen spielt eine große Rolle. Rolle beim Überleben. Angeborene Verhaltensmuster werden verfeinert und auf die Umwelt abgestimmt. Zum Beispiel eben das Sozialspiel unter Welpen. Ja, und das sollten wir dann auch tatsächlich verfeinern. Oder wenn uns, ja, ein Welper einfach mal anknurrt. Oder ich zertel mit meinem Welpen und er knurrt mich an, dass ich dann aber kurz sage, ah ah, ja, klasse, mach mal weiter. Ich muss die Kommunikation verfeinern. Und ich habe, wie gesagt, sehr viele Hunde, die einfach nicht mehr fein sind, ja, weil wir auch nicht fein mit unseren Hunden umgehen, weil sie einen Leinenrück bekommen, weil sie runtergedrückt werden, etc. Und dann verlange ich aber, dass diese Hunde fein sind. Ich hatte mal einen Mann bei mir, ich glaube, die Story hatte ich ja schon mal erzählt. Und er hatte einen Mops. Und der Mops ist Wickerl. Und der Mann, der war ungefähr 150 Kilo schwer. Und Wickerl hat ihn immer gebissen. Und dann kam er wieder und sagte, ja, Diana, was soll ich denn machen? Mein Mops, der beißt mich. Und dann habe ich irgendwann mal gefragt, sage ich, du, macht er das bei deiner Frau auch? Nein. Macht er das bei deiner Tochter auch? Nein. Und er hat ihn immer irgendwie so gebissen, wenn der Mann auch nach Hause gekommen ist. Dann ist er wirklich hochgesprungen und hat ihn in die Wadeln reingebissen oder in die Hände, wenn er da rangekommen ist. Und dann habe ich halt auch mal gefragt, was machst du denn, wenn du nach Hause kommst? Habt ihr da ein bestimmtes Ritual? Oder was macht ihr beiden Männer da einfach? Ja, und dann hat er halt einfach so gesagt, wenn er nach Hause kommt, dann legt er sich am Boden zum Wickerl. Und der hatte halt echt Riesenhände. So richtige Pranken. So ein richtiger Bayer. Und dann sagt er, ja, dann nehme ich den Wickerl. Und dann packt er diesen kleinen Mops. Mit seinen Riesenhänden packt den, vermeist den so am Boden. Legt ihn auf den Rücken und wuselt den Hund quasi durch. Und dann schaut er, sagt er, guck, das machen wir immer. Und dann wuselt er diesen Hund da durch. Das war halt für den, was ich ja auch gerade gesagt habe, wenn Mensch-Hund-Team nicht so ganz funktioniert, das fand der Mensch witzig. Und der meinte das auch nicht so grob, wie er es gemacht hat. Und der hat halt gesagt, guck mal, und dann wusel ich ihn und dann tue ich ein bisschen Bauchipupsi machen. Und ich freue mich dann. Und dem Hund gefällt es auch. Dem Hund hat es so gar nicht gefallen. Und der Hund hat nur eins gelernt. Ja, der Papa will es grob. Und dann habe ich ja gefragt, macht das denn deine Tochter und deine Frau auch? Ach, nö, das mache nur ich. Und dann sage ich so, jetzt hast du ja schon die Lösung, warum dich dein Welpe beißt und warum deine zwei Frauen, der Hund halt einfach nett ist. Weil der Hund bei dir halt einfach lernt, ja, der Papa will es ein bisschen gröber haben. Also mach es nicht mehr. Dann haben wir das fakultative Lernen, spielt für das Überleben also nicht so eine große Rolle. Alle Kommandos oder Kunststücke. Dann haben wir dieses latente Lernen, so ein bisschen dieses Alltagslernen ohne Grund und Motivation. Wir gehen eben spazieren. Die sehen vielleicht auch gar nicht diese Mülltonne. Wir gehen da vorbei und der Hund bewertet diese Mülltonne und geht da eben vorbei, weil dieses unterschwellige, unbewusste Lernen halt einfach da ist. Ja, so tägliche Einflüsse, die ich gar nicht beeinflussen kann ohne Lernverstärker. Ja, einfach Mülltonne. Ja, ich gehe mit meinem Hund da hinten. Ja, da ist irgendein Motorrad. Was ist also einfach so dieses Alltagslernen? Dann haben wir dieses kognitive Lernen, das Lernen durch Denkprozesse. Ja, dieses, ja, die Intelligenzspielzeuge, wo sich der Hund mal überlegt. Wir haben zum Beispiel in Minkhofen einen großen Fußballplatz und der ist getrennt durch einen sehr hohen Zaun. Also hinter dem Tor ist ein sehr hoher Zaun. Und hinter dem Tor und dem sehr großen Zaun ist da eine Wiese dann noch. Und wenn da keiner drin ist zum Trainieren, dann bin ich öfter mal mit meinen Hunden da drin gegangen und dann habe ich die so ein bisschen verarscht. Weil man konnte, also das war, mein Gott, wie groß ist denn so ein Fußballfeld? Das kann ich mir jetzt gerade gar nicht sagen. 50 Meter. Ich sage jetzt mal 50 Meter. Bitte lacht mich jetzt nicht aus. Und wie gesagt, dieser Zaun war halt einfach 50 Meter lang und dieses Tor stand hier in der Mitte und hinter dem Tor war eine Tür. Und da bin ich dann quasi schnell durchgeflutscht. Bin dann schnell durchgegangen, habe das Tor geschlossen und habe meinen Hund gerufen. Und dann rennen ja erstmal die Hunde auch erstmal an den Zaun. Und dann gucken die Hunde und dann geht man ein bisschen weiter weg und dann ruft man nochmal. Und dann die Hunde so, ja, das ist ein Zaun. Und dann sieht man so diese Denkprozesse und dann schauen die Hunde so ein bisschen. Dann schauen die nach rechts und dann schauen die nach links. Und dann schauen sie nochmal nach rechts und nach links. Dann kann es natürlich sehr wohl sein, dass der eine mal versucht zu buddeln, dass der eine dann irgendwie versucht, drüber zu springen. Okay, das war jetzt fünf Meter hoch, also da konnten sie eh nicht. Okay, und dann habe ich halt so ein bisschen angefangen, dass ich dann nach rechts gegangen bin und habe immer wieder meinen Hund gerufen und immer wieder meinen Hund gerufen. Und irgendwann ist sie dann aber auch mal auf die Idee gekommen, ja, ich sollte vielleicht mal an dem Zaun entlang laufen. Und dann war irgendwann mal der Zaun zu Ende und dann konnte sie zu mir dann laufen. Und das ist aber halt das Coole, wenn man dann so diesen Denkprozess, wenn die dann sich überlegen, okay, hier komme ich nicht durch, ich will aber zu der Diane. Und das ist halt so süß. Ich sage, der eine, der möchte dann halt einfach sich drunter buddeln, der andere klettert dann hoch, der andere fängt zum Laufen an, der andere bleibt aber vielleicht auch mal nur stehen und bellt dich an und sagt, mit Bellen habe ich vielleicht jetzt immer Erfolg. Dann kommt die Alte oder der Alte. Also das ist so wahnsinnig schön. Und wenn man den Hunden halt eben auch mal die Möglichkeit gibt, dazu auszuprobieren und eben zu lernen und mal wirklich das Gehirn einzusetzen. Und in der Regel kann das immer gar nicht der Mensch schon wieder. Wir als Mensch geben dann den Hund irgendwie wie ja so ein Intelligenzspielzeug. Ja, und dann muss das innerhalb von drei Sekunden können. Und dann kann ich das schon gar nicht aushalten. Und dann werde ich schon eigentlich so nervös. Und jetzt tue ich dieses Leckerchen da rein. Und jetzt mach das doch endlich. Und dann tue es doch einfach hin. Dann lass doch dem Hund mal selber die Erfahrung machen. Und dann lass ich ihn doch selber mal überlegen. Und das ist ganz schwierig für die Leute, dass sie eben den Leuten nicht helfen. Oder auch, wenn ich so eine Bulldogger habe und dem mal echt ein Leckerchen am Boden hinlege, dann zeigen die Leute immer drauf, ja, so wird aber der Hund doch nie lernen, dass er da halt einfach mal die Nase einsetzt. Also die könnte schon, wenn wir denen mal ein bisschen mehr Zeit lassen würden. Dann haben wir das motorische Lernen, also ungewöhnliche Bewegungen, Haltungen, die man erst passiv erzwingt, zum Beispiel runterdrücken vom Popo zum Sitz, Koordination bestimmter Bewegungsabläufe, Lernen am Muskelgedächtnis, Erlernen von Bewegungsmustern, in der Phase der Enthandlung gehören. Das ist halt immer ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir da auch mal ein bisschen mehr schauen. Können denn unsere Hunde das? Wie lernen wir ihnen das denn tatsächlich auch, wenn der Hund zum Beispiel irgendwo springt oder wenn der Hund irgendwo langsam Treppen runtersteigen sollte? Kann er das denn dann vielleicht? Deswegen finde ich halt immer auch die Bodenarbeit so wichtig für dieses motorische Lernen. Ja, dass der Hund auch mal lernt oder seine Muskeln auch mal lernen, hier etwas langsam zu machen. Weil das große Problem ist gerade dann auch, wenn du eine Hüte runterst, alles schnell, alles schnell, alles schnell. Und langsam geht halt eben nicht. Und deswegen ist ja dann eben auch Kavaletti-Arbeit, Bodenarbeit, alles ganz wichtig, dass wir denen einfach auch mal andere neue Bewegungsmuster anbieten. Dann haben wir natürlich Lernen durch Observation und Tradition, so ein bisschen dieses Nachahmen, dieses Beobachtungslernen, das soziale Lernen. Da haben wir ja ganz häufig auch bei den nordischen Hunden drin, die schauen ja dann auch, wie der Mensch zum Beispiel einen Griff von der Tür aufmacht. Da muss man die Griffe dann irgendwie anders hinmachen. Oder genau, der Hund, der uns eben beobachtet, wo geht er denn jetzt dahin? Der Hund, der beobachtet oder der halt eben dann auch weiß, das und das, bis da und da kann ich das. Oder das ist halt immer so schön, wenn man dann eigentlich die Hunde ja auch mal stolz werden lässt, weil sie uns beobachten und uns dann vielleicht aber auch mal ausschmieren. Und das ist eben auch ganz wichtig, wenn wir ängstliche Hunde haben, wie bei der Susu. Da ging ganz viel über Beobachtung. Da hat die Susu auch ganz schnell gelernt, aha, okay, zu der Diane gehen ist vielleicht doch gut, weil bei der Diane gibt es dann einen Keks. Die hat das aber nicht selber erfahren, sondern beobachtet. Also die hat bewusst sich die anderen Hunde angeguckt. Und die anderen Hunde haben ja keine Angst vor mir gehabt. Und irgendwann, ja, kam sie. Oder auch das ins Zimmer gehen. Oder, ja, wir gehen jetzt mal von A nach B. Oder wenn wir sie dann abends alle in die Zimmer reintun, genau, dann war sie am Anfang so, nein. Und okay, dann hat die immer die anderen angeguckt. Okay, wir gehen die mit der Diane um. Aha, okay, dann kann ich sie ja auch mal wagen. Oder dieses Buddeln. Oder dieses Bellen. Das ist ja auch immer ganz toll, ne? Wir haben einen Hund gehabt, den Lasco. Der hat tatsächlich mich ein bisschen ausgeschmiert mit dem Bellen. Der hat auch tatsächlich gebellt, um mich ein bisschen zu catchen. Und der war da mit Merlin in der Gruppe. Und Merlin, also Lasco ist mittlerweile vermittelt. Und Merlin ist noch da. Und Merlin hat die ersten drei Monate nicht gebellt. Und dann hat Merlin tatsächlich so ein bisschen das Verhalten vom Lasco gezeigt. Der hat dann gebellt, stand dann vorne, Schwanzwedeln, hat gebellt, hat geguckt, wo ist die Jane, wie der Lasco das gemacht hat. Und ich war fast wieder darauf reingefallen, ne? Aber bei Merlin, also da ist das Bellen wieder besser geworden, seitdem Lasco jetzt auch nicht mehr da ist. Aber der hat sich das echt abgeschaut. Kleine Drecksack. Operantes Lernen, also Verknüpfungen von Situationsgegebenheiten mit den Auswirkungen. Wenn ich zum Beispiel halt einfach dann auch sage, Sitz und der Hund bekommt ein Leckerchen, dann weiß er halt, okay, wenn die Mama den Finger hebt, wenn der Papa den Finger hebt und Sitz sagt, dann kriege ich danach ein Leckerchen. Und dann haben wir natürlich noch die unterschiedlichen Konditionierungsformen, die klassische Konditionierung. Erste Stufe, so ein Klickgeräusch, ist halt einfach ein neutraler Reiz für den Hund. Man klickt am Anfang, der Hund guckt vielleicht auch hin und dann guckt er wieder weg. Und das löst am Anfang beim Hund ja keine Reaktion aus. Also hier müsste jetzt stehen zweite Stufe. Deswegen habe ich hier oben zweite Stufe hingestellt. Das hat es mir irgendwie verschoben. Futter, das wäre ja ein Stimulus. Also in der Regel, wenn der Hund Futter sieht, hat er ja Speichelfluss. Also eine angeborene Reaktion. Und beim Klicker ist es ja so, beziehungsweise bei der klassischen Konditionierung wird ein ehemaliger neutraler Reiz mit so einem angeborenen Reflex ja zusammengetan. Und dann haben wir eben die dritte Stufe. Man klickt und der Hund erwartet das Futter. Und der Hund bekommt ja dann auch eben diesen Speichelfluss. Und dann muss ich, oder kann ich ja diese Futtergabe ja dann auch verzögern. Also ich klicke und der Hund sagt, boah, sabba, 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 sabba. Oh, ich kriege jetzt gleich einen Keks. Ich kriege jetzt gleich einen Keks. Und dann kriegt er den, wie gesagt, zeitverzögert. Und das ist ja eben klassische Konditionierung. Besonderheiten der klassischen Konditionierung. Du hast halt eben diese reflexartige Reaktion. Also ganz schnell wegrennen, ganz schnell Angst haben, ganz schnell Speichelfluss, ganz schnell Freude. Also es ist halt eben sehr schnell. Der bedingte Reflex, der bleibt aber auch nicht zeitlebens erhalten. Da muss wieder nachkonditioniert werden. Das weiß man ja auch zum Beispiel bei dieser Duftkonditionierung. Wenn man zum Beispiel kurz vor Silvester einen Duft konditioniert. Und dann baut man ja sechs Wochen, acht Wochen vor Silvester eben einen Duft auf. Immer in einem entspannten Zustand. Also wenn der Hund zum Beispiel schläft, dann legt man ihn in ein Lavendelkissen rein. Und dann kann man sich das natürlich Silvester auch sehr wohl zunutze machen. Dass man dann eben auch sagt, Silvester, wenn mein Hund gestresst ist, dann, und er zum Beispiel anfängt zu zittern oder sowas, dann nehme ich diesen Lavendel und lege es diesem Hund hin. Weil dann auch wieder diese reflexartige Reaktion um dieses Entspannen da ist. Nach Silvester ist aber schon das Problem, es muss wieder nachkonditioniert werden. Also es bleibt dann nicht, wenn ich das einmal gemacht habe, für sechs Wochen dann ein Leben lang quasi bestehen. Und dann habe ich ja eine Zeit lang wieder kein Lavendel, weil Silvester ja dann erst wieder in zwölf Monaten ist. Und ich muss das dann, wie gesagt, wieder nachkonditionieren. Das Wichtigste bei der klassischen Konditionierung, Konditionierung, es ist eben nicht willentlich beeinflussbar. Also der Speichelfluss ist nicht willentlich beeinflussbar. Die Übelkeit im Auto, viele Hunde sind einfach klassisch konditioniert auf dem Auto. Brr, mir ist es einfach so schlecht. Dieses Hingehen zum Auto ist schon so, brr, mir wird gleich schlecht. Papa oder Mama hat so einen beschissenen Fahrstil. Oder ich bin ein sehr großer Hund und ich habe da einfach Platzangst. Und der kann aber jetzt nichts dafür. Oder Freude. Klar, Menschen können dir natürlich was vorlügen. Menschen können dir ins Gesicht grinsen und sagen, das ist toll, du schaust toll aus. Und denkt sich, oh Gott, bist du scheiße, bist du hässlich. Das Kleid steht dir überhaupt nicht. Das weiß man ja auch, wenn man ja irgendwo beim Einkaufen ist und die Beraterin oder die Verkäuferin möchte dir irgendwie eine Hose andrehen, wo du voll den dicken Bubo drin hast. Und nein, also Leute können mehr oder weniger jemandem was vorgaukeln, Hunde nicht. Der Hund, der die Leine sieht, der hat entweder Angst davor oder er ist dann halt einfach voller Freude. Und das ist, wie gesagt, willentlich nicht beeinflussbar. Weil viele Leute ja auch tatsächlich den Hunden immer so, ja, der macht ja nur Theater unter Stellen wieder. Zwei oder mehrere Dinge gehören zusammen. Der Klicker und das Futter. Die Leine aufnehmen, Spaziergänge. Der Mann mit Hut, Angst. Und die bekannteste klassische Konditionierung ist halt eben dann dieses Klickertraining. Aber es gibt natürlich auch dieses, ja, eben Negativ-Tierarzt. Der Hund ist wahrscheinlich das erste Mal ziemlich neutral zum Tierarzt reingegangen. Dann gab es die Pieks. Der Pieks ist ja einfach eine natürliche Reaktion. Dass man erstmal so, hey, was war das? Aua, das tut weh. Oh, das ist aber blöd. Aua. Und also eben eine negative Emotion hervorruft. Und dann, genau, könnt ihr halt eben auch da eine klassische Konditionierung auf den Tierarzt haben, wenn ihr nächstes Mal da reingeht. Ähm, so, was haben wir jetzt da? Genau, Markersignale. Auch da kann ich natürlich jetzt nicht unbedingt den Klicker hernehmen, sondern ich kann toll oder super oder fein oder prima irgendwas halt einfach ankonditionieren. Oder ich kann natürlich aber auch als Markersivork ein Nein ankonditionieren. Also ein Signal, das eine positive oder negative Konsequenz ankündigt. In der Regel ist es ja eben ein positiver Markersignal. Ich sage ja einfach dieses, ja toll, prima. Und da muss ich aber natürlich halt auch dem Hund das ankonditionieren. Weil viele Leute, die nehmen einen Klicker in die Hand und die sagen, jeden Klicker habe ich schon probiert, der Hund reagiert nicht drauf. Und dann frage ich halt auch immer die Leute, ja, wie hast du das ankonditioniert? Hä? Ja, wie meinst du das? Ja, wie hast denn du angefangen damit? Wie hast denn du die ersten paar Male angefangen? Wie hast du die ersten paar Male geklickert? Ja, ich hatte dann den Klicker und dann habe ich Sitz zu meinem Hund gesagt. Und dann, als er das gemacht hat, dann habe ich geklickert und habe mir ein Leckerchen gegeben. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass er deswegen, ja, schnell das jetzt macht. Ja, weil er es dann immer nicht ankonditioniert bekommen hat. Weil der Hund ja gar nicht weiß, dass Klicker toll bedeutet. Und das muss ich halt eben dann auch mit so einem Markersignal machen, dass ich natürlich die ersten 500 Male prima Futter, prima Futter, prima Futter, prima Futter mache. Und dann erst funktioniert ja eben auch dieses Markerwort oder halt eben auch dieser Klicker. Und das ist ja schon gut, wenn man das baut, weil man natürlich sekundengenau dann den Hund belohnen kann. Diese Sekundengenau belohnen ist natürlich, also finde ich jetzt, das ist jetzt wieder meine Meinung, rein fürs Training, also für den Sitzkommando, für das Platzkommando, für irgendetwas. Ansonsten diese eine, zwei, drei Sekunden Regel, die ist natürlich für den Alltag, für Kommunikation mit dem Hund jetzt nicht unbedingt von Bedeutung. Und das ist eben auch wichtig. Weil wenn da nämlich zwei Hunde voreinander stehen und die zwei Hunde sich jetzt nicht riechen können, dann dauert das auch öfter mal mehr als drei Sekunden. Also dann stehen die auch mal 20 Sekunden oder 30 Sekunden. Oder aber der Hund merkt sich das und dann sind sie auch manchmal tatsächlich genauso hinterfotzert wie Menschen. Und wenn er dann die Gelegenheit dazu bekommt, dann knallt er dem anderen nämlich eine. Also dieses Klicker funktioniert natürlich nur tatsächlich auch oder meines Erachtens nur für irgendwelche Sitzgeschichten, Fußgeschichten, Bleibgeschichten etc. Man sollte meines Erachtens nicht in den Alltag mit eingebaut werden. Im Alltag sollte ich dann schon einfach auch mal mich mal abgrenzen. Und wie gesagt, den Hund einfach vielleicht auch mal eine Tür vor der Nase zu machen, um mich ein bisschen abzugrenzen. Und aber auch auf der anderen Seite, ja, den Hund über den Körper einfach auch mal loben. Über das Gesicht. Und ja, und ich bin jetzt einfach stolz. Das finde ich immer sehr, sehr, sehr wichtig. Klar, wie gesagt, mit dem Klicker, mit dem Markersignal schaffe ich es, dass der Hund sich immer schneller hinsetzt, dass der Hund einfach vielleicht länger auf der Decke oder besser über das Hindernis oder besser vorsitzt. Wobei, da sind wir ja schon in diesem Wort besser. Wo muss es denn immer alles dann auch besser werden? Mit dem Markersignal markiert man das Verhalten vom Hund und verspricht ihm eben gleichzeitig eine Belohnung. Und alle Verhaltensweise, die der Hund nach dem Markersignal zeigt, das wird nur bedingt mit dieser Belohnung verknüpft. Also ich lasse zum Beispiel den Hund auf der Decke warten. Ich gehe dahin, ich klicker, schicke ihn runter und dann sage ich nochmal Sitz. Dann sind das halt zwei verschiedene Sachen. Und es ist ganz wichtig, es muss die Belohnung auf alle Fälle erfolgen. Sonst kommt es dann auch zu einer Löschung. Wenn ich halt immer klicke ohne einen Keks, dann wird der Hund irgendwann mal quasi nicht mehr darauf reagieren. Dann haben wir natürlich noch eine Gegenkonditionierung. Wenn der Hund jetzt tatsächlich Angst hat vor der Leine, weil er vielleicht auch irgendwo tatsächlich im Ausland eingefangen wurde, dann kann ich das ja eben auch schön machen. Und diese Gegenkonditionierung, die geht quasi in die Emotionen rein. Also ich bin da jetzt nicht so wirklich im sichtbaren Verhalten, sondern eben am umsichtbaren, in der Emotion. Ich möchte halt, dass der Hund lernt, dass eine Leine wieder schön ist. Und der Stressauslöser wird dann für den Hund mit einem positiven Reiz verknüpft, zum Beispiel mit Futter. Und Ablauf einer Gegenkonditionierung, das wird ja auch mal sehr, sehr, sehr häufig verkehrt gemacht. Richtig wäre es, dem Hund zum Beispiel den angstauslösenden Reiz anzubieten. Also, ich gehe jetzt irgendwo spazieren und ich habe mir jetzt einen Radfahrer gebeten, der soll auf 100 Meter Entfernung einmal darüber fahren, weil mein Hund Probleme mit Fahrrädern hat. Dann ist es halt eben wichtig, ich gehe, ich bleibe stehen, der Radlfahrer soll fahren, jetzt sieht mein Hund diesen Radfahrer, dann warte ich noch kurz ab und dann bekommt der Hund das Leckerchen oder das Alternativverhalten. Ich könnte das dann eben auch auf Gewitter, oder wenn der Hund jetzt auf einer Klingel negativ reagiert, dann könnte ich eben auch dieses Geräusch dem Hund vorspielen. Also, irgendwie dieses so und dann eins, zwei und dann kriegt der Hund quasi ein Leckerchen. Also, auf das Negative erfolgt quasi das Positive. Viele Leute machen das immer so ein bisschen verkehrt, gerade was auch so Silvesterbüller angeht. Kann man das gerne machen, haben wir auch schon ein paar Mal gemacht, dass wir so einen kleinen Kinabüller mal um die Ecke hochgehen haben lassen. Wenn wir wissen, da ist ein Hund, der hat Probleme mit so einem Kinabüller, dann gehe ich quasi wirklich ein bisschen weiter weg. Also, ich lasse natürlich nicht den Kinabüller direkt mit dem Hund hoch, sondern ich gehe ums Eck, dann hört der Hund noch das, weil es langt ja bei diesen Hunden nur dieses... Und dann, dann lassen wir die Hunde miteinander spielen. Also, der Hund hört diesen Reiz und jetzt, okay, und jetzt kriegt er das Kommando Lauf, vorausgesetzt natürlich, Laufen ist was Tolles. Und dann darf ich natürlich nur Hunde nehmen, mit dem der Hund dann tatsächlich spielt und die der Hund ja dann natürlich auch als toll anzieht. Was viele, viele, viele falsch machen, das ist, dass man die Hunde zum Beispiel laufen lässt, also die spielen jetzt quasi und dann lässt man den Böller los. Oder die apportieren, weil der Hund zum Beispiel wunderschön apportiert oder wahnsinnig gerne Leckerchen sucht. Und während des Leckerchensuchen, dann geht zum Beispiel dieses Geräusch. Oder dann fällt der Stock um. Oder dann schmeißt man den Hund irgendwie die Leine hin oder sowas. Und das ist natürlich doof, weil der Hund irgendwann mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Leckerchen mehr suchen wird, weil der Hund sagt, immer, wenn ich Leckerchen suche, kommt was Negatives. Boah, da habe ich gar keinen Bock drauf. Wenn ich, wie gesagt, das umgekehrt mache, auf das Negative kommt das Positive, dann kann man da wahnsinnig vielen Hunden tatsächlich helfen. Dann haben wir natürlich schon so eine Unterscheidung, leider Gottes, auch mit Ablenkung, Gegenkonditionierung und Umlenkung, weil viele Leute versuchen immer, ihre Hunde abzulenken. Auch gerade in der Hundebegegnung. Der Hund hat vielleicht den Hund noch gar nicht gesehen, dann wird ein Leckerchen vor die Nase hingehalten und dann wird der Hund quasi so vorbeigekekst, damit sich der Hund richtig verhält, damit der Hund Fuß vorbeiläuft, damit der Hund gar nicht den anderen Hund anpöbelt. Das ist natürlich nicht gut, weil ich muss ein Leben lang meinen Hund ablenken. Gegenkonditionierung, haben wir jetzt gerade gesagt, die Belohnung kommt, wenn der Hund die angstauslösende Situation wahrgenommen hat und Umlenkung, ja, der Hund darf sich dann vielleicht weiterhin aggressiv verhalten, wenn er Probleme an der Hundebegegnung hat, der lenkt es dann bloß auf einen anderen Gegenstand um, zum Beispiel an der Beißwurst. Man muss da aber jetzt auch so ein bisschen aufpassen mit Gegenkonditionierung und Schönfüttern bei Menschen. Wenn ich jetzt natürlich einen Hund habe, der Probleme mit Menschen hat, was wir ja gerade auch gesehen haben im Chat, so, der hat jetzt Probleme mit Kindern. Ich weiß nicht, ob das aber dann so gut ist, wenn Kinder dann Leckerchen in der Hand halten und der Hund mit Kindern irgendwie schön gefüttert wird. Man muss da halt mal schauen. Es kann gut gehen, das kann aber auch tatsächlich nach hinten gehen, weil der Hund ja trotzdem ein Problem mit dem Gegenüber hat. Der gibt zwar schon einen Keks, aber er geht ja natürlich auch in den Individualabstand und er wird dazu genötigt, den Abstand zu verringern. Also, ist das dann wirklich dann so gut? Also, ich habe schon was mit einem Kind, ich habe Probleme mit dem Kind, ich bin negativ eingestellt und jetzt soll ich noch zu diesem Kind hingehen und das Leckerchen nehmen. Also, ich muss jetzt den Abstand zu dem Kind, das ich eh schon nicht mag, verringern und dann den Keks zu bekommen. Es kann auch echt nach hinten losgehen, die Sache. Also, man muss da ganz, 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 ganz sensibel an die Sache gehen. Was man natürlich eben machen kann, ist, ja, der Hund sieht ein Kind und jetzt spiele ich mit dem, um Gottes Willen. Also, sowas kann ich natürlich machen, aber dieses, ja, geh mal hin und fütter dann oder, ne, wenn ein Besucher reinkommt und mein Hund hat irgendwie Probleme mit Besuchern, ja, dass die Besucher den Hunden immer dann den Keks geben, kann funktionieren, muss aber nicht funktionieren. Noch einmal, der Hund hat Probleme mit Menschen, der Hund hat Probleme mit dem Besuch und wird jetzt noch genötigt, da hinzugehen. Stellt euch vor, ihr habt Probleme jetzt mit der Spinne, die da vielleicht an der Wand hängt und ihr werdet genötigt, da jetzt vielleicht noch Kekse zu nehmen. In dem Fall nicht, ob das dann manchmal wirkt. Aber muss man ausprobieren. Bei manchen funktioniert es, bei manchen funktioniert es nicht, wegen eben dieser Sache. Dann haben wir die Operanta, instrumentelle Konditionierung. Ja, das sind halt dann, wie gesagt, halt Kommandos. Der Hund lernt über Konsequenzen sein eigenes Handeln. Wenn ich jetzt so quasi sage, sitze und ich mache das als Hund, bekomme ich einen Keks. Natürlich ist dann aber halt auch hier bei der Operantenkonditionierung Bellen an der Haustür. Ich wuff da an der Haustür, vielleicht auch erst mal am Anfang durch Zufall, dann mein Mensch kommt, dann ist es natürlich Lernen am eigenen Erfolg, Versuch und Irrtum, die Hunde probieren ja auch was. Und wenn sie dann eben Erfolg damit haben, dann sind wir in der Operantenkonditionierung, dann werden sie es wahrscheinlich auch öfter zeigen. Der Unterschied zur klassischen Konditionierung ist natürlich, dass der Hund dieses Verhalten beeinflussen kann. Er braucht ja keinen Sitz machen und er braucht ja jetzt quasi auch nicht an der Tür stehen und zu bellen. Aber bei der klassischen Konditionierung, er kann nicht anders. Also er sieht den Arzt und er fällt in sein Schema rein, ins Bellen oder in die Angst rein oder, oder, ohne. Dann haben wir noch diverse Möglichkeiten der Operantenkonditionierung. Das ist eben dieses Free-Sharping, wo man zum Beispiel den Hund klein, schrittig irgendwas beibringen möchte. Zum Beispiel, geh auf deine Decke. So, und dann geht der Hund von sich aus, schaut er die Decke an, dann könnte ich das eben klickern. Und dann schaut der Hund natürlich logischerweise die Decke öfter an. Und dann könnte ich irgendwann nicht mehr klickern und dann überlegt sich natürlich wieder der Hund, aha, ich will den Klicker haben, wie komme ich an meinen Klicker? Also mit Anschauen geht es nicht. Dann gehe ich halt eben ein, zwei, drei Schritte näher dann dahin. Und dann klicke ich wieder. Und irgendwann höre ich dann aber auch wieder auf zu klickern und dann überlegt sich wieder der Hund, okay, wie komme ich an meinen Klickern? Und dann stellt er sich vor mir aus mit einer Pfote auf den Klicker, äh, auf den Klicker, auf die Decke drauf. Und dann klicke ich das natürlich wieder 20 Mal. Und dann höre ich dann wieder auf. Und dann überlegt wieder der Hund, also er hat halt quasi seine freie Entscheidung und, ähm, es ist so ein bisschen wie Topf schlagen. Ne, finde ich gut, wenn ich zum Beispiel auch einen unsicheren Hund habe, dass ich den so ein bisschen da aber rauskitzel, dass ich ihn mal so, ähm, äh, ja, eben mit falsch und unrichtig, mit warm und kalt, a la Topf schlagen, ihn auch mal ein bisschen in eine Richtung lenke. Er sich aber mal Gedanken machen muss. Haut wirklich super hin. Bei Hunden, die auch Angst haben, dann kriegen die natürlich auch Selbstbewusstsein. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt unbedingt mit Mali machen muss, weil der sich sonst vielleicht den ganzen Tag überlegt, was er denn da machen könnte, dass er dann auch mal wieder einen Keks bekommt. Aber für manche Hunde, ähm, finde ich das wirklich richtig, richtig, richtig gut. Dann haben wir diese Chaining, diese Verkettung, Aneinanderreihung von Einzelverhaltensweisen. Ähm, da gibt es diese Forward-Chaining, diese Vorwärtsverkettung, zum Beispiel beim Dogdance, ähm, für eine Choreografie. Also am Anfang habe ich zum Beispiel ein Drehdichtzeichen, da soll der Hund drehen und, äh, ein, äh, wenn ich halt mit der, mit den Händen den Hund so wegschüttel, dann soll er weggehen. Und das will ich aber in dieser Dogdance-Choreografie, wenn ich zum Beispiel in der Nase popel, weil es in meiner Choreografie halt einfach so reinpasst, dann möchte ich, dass der Hund quasi dann einen Drehdicht macht und dann fünf Schritte zurückgeht. Also erst mache ich es quasi in Einzelschritten und dann kombiniere ich Dinge zusammen. Und dann kombiniere ich, wenn ich zum Beispiel meine linke Augenbraue hochnehme, möchte ich bellen und ein Salto rückwärts haben. Und wenn ich dann den rechten Daumen nach oben nehme, dann möchte ich, dass der Hund zehn Meter wegläuft und dann ein Verbeugen macht. Und dann kann ich halt, dann, also erst habe ich jetzt eine Sache, dann habe ich zwei Sachen und dann kann ich natürlich auch vier Sachen nehmen. Also wenn ich dann mich am Kopf kratze, möchte ich zum Beispiel, dass der Hund rückwärts geht, Salto macht, dann gleichzeitig danach noch bellt und dann einen Diener macht. Das wäre also, wie gesagt, diese Vorwärtsverkettung. Und dann gibt es diese Rückwärtsverkettung, die macht man ja mittlerweile beim Apportieren, dass ich halt erst mal dem Hund das Ausbeibringe, also gar nicht irgendwelche Sachen wegschmeiße und der Hund holt sich das oder rennt da hin und holt sich und rennt damit weg, sondern dass ich das eben umgekehrt anfange, nämlich mit dieser letzten Sequenz. Das nehme ich mit. Ich gebe dem Hund den Dummy und ich nehme ihm den sofort wieder und ich gebe ihm den Dummy und ich nehme ihn den wieder, dass der Hund halt eben dieses Aus als letztes lernt. Also eigentlich die letzte Kette beim Apportieren, weil beim Apportieren ist es ja sitzen, bleiben, ich schmeiße das weg oder ich verstecke das, ich schicke meinen Hund hin, er findet es, er kommt und lässt es aus und bei der Rückwärtsverkettung ist das aber der erste Part, weil eben das Auslassen leider Gottes den meisten am schlechtesten funktioniert. Und dann haben wir noch sonstige Lernformen, die Habituation, die Gewöhnung, also diese Fähigkeit eines Organismus auf wiederholt auftretende Reize nicht mehr zu reagieren. Das sind dann zum Beispiel die Wildtiere im Zoo. Biologisch macht es eben keinen Sinn, auf Reite zu reagieren, die weder vor noch Nachteile haben und das Training, das ist ganz wichtig, dass man da aber beachtet, der Reiz muss wieder mehrfach hintereinander auftreten und je schwächer der Reiz anfangs auftritt, desto schneller erfolgt die Habituation und je schneller der Reiz wiederholt wird, desto schneller erfolgt auch da wieder die Habituation. Aber auch das ist wieder wichtig bei dieser Habituation, in längeren Pausen tritt eine Ermüdung ein. Der Hund reagiert unter Umständen dann wieder auf den Reiz. Das ist mir passiert tatsächlich im Urlaub in Österreich mit Kühen. Also, mein Hund kennt ja keine Kühe und wir gehen an der ersten Kuhkoppel vorbei und mein Hund so, was ist da? Und erst mal ab. Da denke ich mir, hä, wo rennt denn die Mali hin? Also nicht mein Mali neu, nicht die Fee, sondern ich hatte mal eine Hündin, die hieß Mali. Nun ist die erst mal ab und hat gebellt und war völlig, boah, hey, Kühe. Pferde kannte sie, Kuh war absolut grausam. Und da war dann aber eben diese Habituation, diese Umweltgewöhnung. Ja, was ist logischerweise beim Wanderurlaub in Österreich? Es sind halt eben sehr viele Kühe. Und am siebten Tag ist die einwandfrei an Kühen vorbeigegangen. Überhaupt gar kein Problem mehr. Wie gesagt, weil wir so viele Kühe gesehen haben, weil wir so viele Kühe gerochen haben, weil wir so viele Kühe bimmeln gehört haben. Einfach überhaupt gar kein Problem. Und dann, was sehr interessant, der nächste Urlaub, ein Jahr später, hat sie mir tatsächlich am ersten Tag wieder auf die Kuh reagiert. Nicht mehr ganz so krass wie beim ersten Mal und sie hat viel schneller, ist sie wieder in diese Kuhgeschichte reingekommen. Aber beim ersten Mal war sie so, oh, was ist da? So, oh. Und dann, wie gesagt, die ersten fünf Kühe, dann war sie noch so ein bisschen höher und dann war es aber auch einwandfrei. Sehr interessant, wenn man das mal auch mal miterlebt hat. Dann haben wir die Desensibilisierung, Gewöhnung oder tatsächlich eine Löschung erzielt. Der Hund soll die Situation bewusst lernen, wahrzunehmen. Also zum Beispiel diese Geräusch-CD. Da geht es allerdings jetzt nicht wirklich um positive Einstellung im Folge von was Positives machen in dem Moment, sondern genau, halt einfach Geräusch-CD, mal so das Wischenzeitliche mal laufen lassen, ganz leise natürlich oder die Schrittchenweise Abstandsvergrößerung zum Auslöser oder ja, dass ich halt 20 Mal am Tag irgendwie eine Gabel fallen lasse oder, oder, oder. Oder, dass ich, wenn ich einen Hund habe, der halt einfach Probleme mit dem Brustgeschirr hat, ja, so ein Brustgeschirr allgegenwärtig machen. Also ich sage dann immer auch den Leuten, ja, nehmt doch mal das Brustgeschirr, hängt euch das Brustgeschirr über, dass der Hund den ganzen Tag das Brustgeschirr sieht oder wenn ihr einen Hund habt, der Probleme hat mit so einer Ohrpipette, ja, dann stellt einfach mal den ganzen Tag irgendwo die Ohrpipette irgendwo hin. Ihr beim Spaziergang nehmt die Ohrpipette, zeigt es dem Hund, das Brustgeschirr mitnehmen, zeigt es dem Hund, ja, ihr hängt euch, ja, dieses Brustgeschirr hin oder wenn der Hund Probleme hat mit dem Stab, dass ich da halt einfach überall Stäbe hinstelle oder liege und, äh, natürlich jetzt nicht direkt am Fressen und natürlich jetzt nicht direkt neben dem Schlafplatz von dem Hund, weil dann wird er sich mit hoher Wahrscheinlichkeit am Anfang nicht mehr in das Körbchen reinlegen, ja, aber mal so eine Ecke von so einem Raum, ne, wo der Hund jetzt also entgegensetzt von seinem, von seinem Körbchen, ne, nehm ich einfach mal einen Stab oder wenn ich da mit dem Hund im Garten gehe, dann habe ich so einen Stab dabei und, äh, das ist, wie gesagt, diese Desensibilisierung. So, es ist einfach da und ich gucke es mir auch irgendwann mal an und das machen wir manchmal dann auch eben in der Hundebegegnung Hunde angucken, ne, also einfach mal diese Situation bewusst wahrnehmen. Das sind Hunde, guck dir doch mal an, wir sind jetzt mal im Abstand und dann schau dir auch mal bewusst hin und dann schau doch mal, dass es ein kleiner Hund, dass es ein großer Hund, dass es einen dicken Hund, dass es einen dünnen Hund gibt und das ist halt immer so ein bisschen problematisch, ne, ähm, weil Hunde werden ja oftmals fürs Anschauen zu anderen Hunden ja bestraft. Die Sozialisation, ähm, Sozialisation wird ja sehr häufig mit der Habituation zusammengeschmissen. Habituation ist aber eben die Umweltgewöhnung und Sozialisation ist dann tatsächlich, ja, ähm, Menschensozialisation, also als Mitglied eines Menschenhaushaltes und Hundesozialisation der Respekt im Umgang mit Artgenossen. Ne, also ich bin ja sozial, wenn ich mit Menschen umgehen kann und ich bin sozial, wenn ich mit Tieren umgehen kann. Ich bin aber jetzt nicht gerade sozial, wenn ich zum Beispiel Bungee-Jumping mache, ne, also Bungee-Jumping wäre bei Menschen dann auch eher Habituation, Umweltgewöhnung und, äh, genau, und das wird bei Hunden immer so in so einen Topf geworfen. Dann heißt das immer, ja, ähm, in der, in der Sozialstunde oder Welpen-Sozialstunde, da sind wir dann über Hindernisse gegangen, denke ich mir, nö, das ist keine Sozialisierung, ne, also Sozialisierung geht halt so quasi immer nur auf Mensch oder Hund oder, wenn ihr noch eine Katze im Haus habt oder der Herdenschutzhund auf seine Schafe, da wird ja dann tatsächlich sozialisiert. Aber alles andere ist dann tatsächlich wieder diese Habituation, ne, ganz wichtig. Und die Pausen zwischen den einzelnen Kontakten, die sollten nicht zu groß sein, zwei bis dreimal in der Woche, sonst ist es wieder, ja, eine besondere Situation für den Hund. Na eben zum Beispiel mit Hunden, wenn er nur einmal in der Woche in der Hundeschule Hunde sieht oder vielleicht nur alle 14 Tage in der Hundeschule Hunde sieht, dann ist das halt ein bisschen zu wenig. Flodding, das ist natürlich richtig übel für Hunde, so eine extreme Reizüberflutung, bei dem der Hund gar nicht mehr ausweichen oder flüchten kann. Das wird ja öfter mal gemacht, dass man den Hund irgendwo anbindet und wenn er dann Probleme zum Beispiel mit, ja, mit Trommeln hat, dann wird 20 Minuten mit diesen Hunden da getrommelt. Das geht natürlich gar nicht. Ich sage ja, man kann ja dann auch mal eine Stecken, vor dem der Hund Angst hat, in die Ecke reinstellen. Ich würde aber jetzt nie am Anfang, die Betonung liegt am Anfang, das wäre ja dann Ziel des Trainings, dass ich im ganzen Raum dann irgendwo Stöcke habe, aber ich würde ja wie gesagt nicht Stöcke dann in den Fressbereich, Stöcke überall im Weg, Stöcke im Schlafbereich, Stöcke, 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 weil dann ist der Hund nur noch wirklich im Flortigen drin, in der extremen Reizüberflutung. Ich kenne ja auch Trainer, wenn der Hund Probleme mit Hunden hat, dann sind da 10 Hunde, dann wird der Hund da reingeschmissen und sich selber belassen und das ist natürlich nicht so gut. Dann haben wir noch Verstärker und Bestrafung, Unterscheidung, Belohnung und Bestrafung. Es ist hierbei, also es gibt jetzt eine positive Belohnung und eine negative Belohnung und eine positive Bestrafung und eine negative Bestrafung. Das Positiv bedeutet jetzt nicht automatisch gut. Also ich sage es jetzt mal ganz böse als Beispiel, wenn man HIV-positiv ist, dann ist das ja eigentlich nichts Gutes. Also Positiv ist jetzt nicht, wie das Wort so sagt, was Gutes, sondern Positiv heißt lediglich einem Plus etwas hinzuführen und negativ heißt jetzt nicht, dass es unbedingt was Schlimmes sein muss, aber es wird quasi es weggenommen. Und dann haben wir den positiven Verstärker, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, zu meinem Hund sitzt und er macht es, dann kriegt er ein Leckerchen. Also es wird quasi etwas draufgesetzt. Es wird Leckerchen, es wird streichelt, es wird gelobt, es kommt Spielzeug, der Hund darf rennen, etc. Also es wird etwas Positives quasi hinzugefügt. Also ich rufe meinen Hund, er kommt und er kriegt einen Keks. Die Emotion ist natürlich Freude und das Ziel wird natürlich auch sein, dass der Hund es öfter macht, weil er es sehr toll findet. Auch da, der Hund entscheidet wieder selbst, ob er natürlich auch die gewünschte Reaktion zeigt. Weil der Hund könnte jetzt auch sagen, ich schnüffel da hinten weiter. Dann haben wir negative Verstärkung. Ich rufe meinen Hund, der jetzt hier zwar gekommen ist, aber hier eben halt sagt, nö, da hinten ist es viel, viel, viel toller, da riecht irgendwas. Und jetzt heißt eben diese, ach mal, wir sind bei der negativen Verstärkung. Stopp, 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 stopp. Wir sind irgendwo ganz anders. Sorry, abends neun Uhr. Völlig Quatsch, den ich jetzt erzählt habe. Also, negative Verstärkung bedeutet jetzt die Ausgangssituation, die ist erstmal ein bisschen unangenehm für den Hund und zeigt dann, der Hund das gewünschte Verhalten mit das Unangenehme wieder weggenommen. Das bedeutet zum Beispiel das Runterdrücken ins Sitz. Viele Menschen, die legen ja ihre Hand auf den Hundepropo und geben ja da ein bisschen Druck. Das wäre eben eine negative Verstärkung. Also, ich tue quasi was Unangenehmes am Anfang dem Hund überbringen. Also, indem ich halt eben Druck auf den Popo baue. So, und dann, ja, dann findet der Hund das eben ein bisschen komisch und dann findet der Hund das ein bisschen komisch und dann setzt er sich hin und dann nehme ich ihm quasi dieses Unangenehme wieder weg. Das ist dann auch der Zwangssupport. Beim Zwangssupport ist es eben so, dass der Hund den, also man hat da zum Beispiel irgendwie ein Halsband, man dreht das Halsband zu, dass der Hund halt einfach Druck am Halsband bekommt und dann wird dem Hund ein Aportel reingestopft ins Maul und in dem Moment, wo der Hund dieses Aportel im Maul hat, wird dieses Halsband wieder losgelassen. Also, die Ausgangssituation ist quasi unangenehm für den Hund. Dann zeigt der Hund das gewünschte Verhalten, nämlich, ich habe jetzt dieses Aportel im Maul und ich halte es auch im Maul, dann wird dieses Unangenehme weggenommen und es wird dann halt quasi wieder angenehm für den Hund. Deswegen negativ, negativ, es wird etwas weggenommen, es wird das Unangenehme quasi weggenommen. Dann haben wir die positive Bestrafung. Das meinte ich jetzt gerade, da hätte ich euch jetzt beinahe verwirrt. Also, meinen Hund, den habe ich gerufen, er kommt jetzt nicht, er sagt, da hinten ist etwas viel, etwas Interessantes und jetzt tue ich ihm jetzt nicht etwas Tolles drauf, also nicht dieses Positiv wieder mit, ich tue etwas Tolles drauf, sondern Positiv heißt nur, ich schmeiße ihm zum Beispiel eine Diskschelle hin, ich habe jetzt da ein Sprühhalsband, ich habe jetzt eine Wurfkette, ich tue einfach quasi was hinzufügen. Man muss da halt ein bisschen schauen, bei dieser positiven Bestrafung, es ist eben dieses Timing extrem wichtig, weil Hunde können ja auch diese positive Bestrafung auf etwas anderes ummünzen. Es kann zum Beispiel auch sein, was ich ja auch gerade schon erwähnt habe, dass Hunde, wenn die andere Hunde anschauen, immer positiv bestraft werden. Also wenn mein Hund quasi jetzt an den anderen anschaut, dann kommt Wasser ins Gesicht. Und manchmal kombinieren aber die Hunde es nicht mit ihrem Verhalten, also nicht ich gucke hin oder ich bälle andere Hunde an und deswegen kriege ich jetzt Wasser ins Gesicht, sondern Hunde kombinieren das leider Gottes oftmals auch auf die Situation. Wenn da ein Hund kommt, dann kriege ich Stress. Was will ich natürlich in Zukunft noch mehr machen, noch mehr in die Leine reingehen, weil ich ja dieses Gegenüber weg haben möchte, weil ich ja weiß, immer wenn da ein Hund kommt, immer wenn da ein Mensch kommt, immer wenn da ein Radfahrer kommt, dann bekomme ich quasi eine Leinenruck, dann bekomme ich Wasser ins Gesicht, dann bekomme ich eine Wurfkette. Also was werde ich eben in Zukunft machen. Ich werde nur noch vehementer dagegen vorgehen und hoffen, dass es endlich wieder weggeht. Und deswegen bei einer positiven Bestrafung ist das Timing halt wahnsinnig wichtig. Und das ist halt eben das Problem, dass dieses Timing von den Besitzern eben nicht gut durchgeführt wird. Da wird halt einfach mal gespritzt, warum auch immer. Der Hund bekommt auch kein Alternativverhalten. Der Hund wird danach auch nicht gelobt, wenn er dann halt einfach auch das Positive wieder zeigt. Und ja, da muss man halt wirklich genau wissen, was man natürlich auch macht, wenn ich Positive bestrafe. Das große Problem ist auch bei dieser positive Bestrafung zum Beispiel beim Bellen. Wenn jetzt der Hund bellt und ich ihm jedes fünfte Mal oder jedes dritte Mal oder von mir ist auch jedes zweite Mal Wasser ins Gesicht rein spritze. Dann habe ich aber dieses große Problem, was mache ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade auf der Toilette sitze und mein Hund bellt unten und ich jetzt mal nicht eingreifen kann. Dann hat der Hund jedes zweite Mal aber auch wieder einen positiven Erfolg, nämlich dass er bellen kann. Also man muss da wirklich, wenn man positiv bestraft, ganz viele Regeln beachten. Also bin ich wirklich im Timing richtig, kombiniert mein Hund jetzt tatsächlich dieses Verhalten mit dieser Strafe. Wie gesagt, das bringt mir halt nichts, wenn mein Hund Wow, Wow sagt, einen anderen Hund anschaut, ich jetzt erst meine Disc-Schelle da raushole, mein Hund gerade wieder den Mund hält und ich jetzt die Disc-Schelle da hinschmeiße, dann sagt der Hund toll, jedes Mal, wenn ich ruhig bin, kriege ich einen auf den Denkel, also was mache ich? Bellen. Also was will ich denn überhaupt? Also ganz wichtig, wenn ich da über positive Bestrafung arbeite, da muss das Timing richtig sein, da muss es aber auch jedes Mal erfolgen, unabhängig davon, ob ich jetzt tatsächlich auf der Toilette bin oder nicht, kann ich das zum Beispiel beim Bellen, wenn ich das beim Bellen eben nicht kann, dann lasse ich es aber auch bleiben. Wenn ich jetzt natürlich das sage, jedes Mal, wenn mein Hund jetzt an der Leine zieht, dann kriegt er einen Leinenruck, weil dann ist er ja auch an der Leine und ich bin da ganz konsequent, soll jetzt nicht heißen, dass ich jetzt Befürworter bin. Also alle, die mich kennen, wissen, dass die Hunde keinen Leinenruck kriegen, weil ich hasse Leinenrucks, aber dann würde es auch funktionieren, wenn ich jedes Mal, wenn mein Hund in der Leine reinspringt, mal einen kurzen Signal gebe, dann wäre da halt einfach auch, dass der Hund dann sagen kann, okay, er kann das kombinieren, in dem Moment, wenn ich dann Druck aufbaue auf der Leine, kriege ich einen kurzen Schnackler, ich kriege diesen Schnackler immer, danach bekomme ich ein Alternativverhalten, danach bekomme ich Lob, wenn man das gut macht und ganz konsequent macht, dann lernt der Hund sehr schnell, dass er nicht an einer Leine ziehen soll. Betonung liegt, wenn ich es halt immer mache, ohne Fehler, im richtigen Timing, mit Alternativverhalten, mit Ankündigung und mit danach Lob. Und wenn es alles nicht gegeben ist und ich das alles nicht auf die Reihe bringe, dann sollte ich es wirklich sein lassen. Ganz wichtig. Negative Bestrafung, wenn der Hund etwas Unerwünschtes macht, dann wird dem, was angenehm ist, weggenommen. Mein Hund ist im Freilauf, da hinten kommt ein Hund, ich sage zu meinem Hund, komm her, der zeigt meinen Stinkefinger, rennt rüber zu dem anderen Hund, spielt mit dem, dann packe ich ihn mir und dann schnalle ich ihn an die Leine, die Freiheit ist weg, das Spiel ist weg und der Hund soll einmal selber darüber nachdenken. Funktioniert gut. Freilauf zu Ende. Wenn der Hund zum Beispiel am Gartenzaun bellt, dann ist der Hund an der Schleppleine, dann packe ich den und dann tue ich ihn halt einfach ins Haus rein. Ich muss das natürlich ein paar Mal hintereinander machen, dass der Hund auch die Kombi bekommt, also immer, wenn ich am Gartenzaun belle, dann packt mich Mama, Papa an der Schleppleine und dann muss ich von mir aus fünf Minuten Klo sitzen. Funktioniert super. Machen wir auch negative Bestrafungen, zum Beispiel bei Hunden, die im Auto bellen. Also wenn die im Auto bellen, dann geht einfach die Klappe zu. Der Hund will ja raus. Der Hund will ja, er ist in der Erwartungshaltung, er darf raus. Und da ist natürlich so diese negative Bestrafung echt genial. Wurf, Wurf, Autoklappe zu. Autoklappe auf. Wurf, Wurf, Autoklappe zu. Wieder kurz warten, Autoklappe auf. Wurf, Autoklappe zu. Die Hunde haben das ganz schnell drin, dass ihnen die Sicht weggenommen wird, dass sie nicht raus dürfen, dass sie Klappe wieder zu, es ist wieder eng und das wollen sie ja nicht. Wie gesagt, wir nehmen ihnen das angenehme weg. Haut super hin, muss ich sagen. Gerade mit den Autoklappen oder wenn man eben am Gartenzaun, diese Gartenzaunbälle hat, haben wir dann zum Schluss auch beim Lasco gemacht, wenn er gebellt hat, zack, Punkt, den Hund genommen und einfach ins Zimmer reingetan, damit ist auch weniger geworden, weil er wollte ja quasi draußen er wollte, dass Diane kommt, ich habe da noch gar nicht Diane hingeschickt, dann sind immer die anderen gelaufen, weil witzigerweise bei Maya und Isabella nicht so gebellt, sondern ich war das auch ihr, aber nicht Diane ist gekommen, deswegen braucht man da auch keine positive Bestrafung machen, weil er hat ja schon das, was er wollte, ich bin hingekommen, also ich kann natürlich hinrennen und ihm jetzt Wasser ins Gesicht spritzen, aber er hatte das schon wieder erreicht, was er wollte, nämlich, dass ich komme, also darf ich natürlich nicht kommen, dann war es natürlich besser, wenn dann Isabelle oder Maya hingegangen ist und ihn dann halt einfach Schleppleine drauf, zack, bumm, und ab ins Zimmer. Dann war das am Anfang natürlich ein bisschen ein Rumgegehe, dass man ihn ja dann wieder nach fünf Minuten rausgetan hat, dann hat er wieder gebellt, mir hinterher gemotzt, dann zack, wieder genommen und wieder rein. Gut, und dann zu guter Letzt, wenn man es denn mag, ich bin kein Mensch, ich kann das nicht, also nicht, dass ich es nicht kann, aber ich bin da halt einfach nicht der geborene Mensch dazu, diese intermediäre Brücke, dieses Keep-Going-Signal, das Signal, das dem Hund, quasi sagen soll, du bist auf den richtigen Weg. Also, ich sage jetzt zu dem Hund, jetzt bleib, ich gehe zehn Meter weg und während ich weggehe, weil auf zehn Meter kriegt er dann zum Beispiel den Klicker und wenn ich dann weggehe, sage ich zum Beispiel la 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 la, dann bleibe ich stehen, dann drehe ich mich um, dann klickere ich. Bin ich nicht. Gebe ich ganz ehrlich zu, bin ich halt einfach nicht, bin auch nicht der große Klickermensch, weil, ja, ich halt einfach viel im Alltag mit meinen Hunden lebe und gar nicht so viel über Kommandos und dies und nicht, deswegen ist bei mir jetzt Klicker nicht so viel da, aber, ja, ich, la 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 oder go 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 oder weiter, weiter oder tick, 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 muss man halt schauen, wenn man der Mensch dazu ist, dann soll man es machen, wenn man halt wirklich meint, nee, ich muss dem Hund jetzt quasi noch den richtigen Weg zeigen, dann ist das ja auch gut. ich möchte ja da auch immer überhaupt nicht in irgendeiner Weise jetzt da immer alles belächeln oder sowas, ich bin es halt bloß nicht. Einsatzmöglichkeiten heißt es ja dann immer bei der Leinenführigkeit, ne, wenn der Hund quasi ordentlich neben dir ist, dann ist dann so la 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 klick, Futter, wenn der Hund dann la, also der Hund geht quasi dann jetzt nach vorne, immer die Pausen, ne, wenn er nach vorne geht, la la la, dann springt der Hund wieder zurück, la la la, la 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 la, klick, klick, leckerchen. Muss man gucken, ob man es kann, ne, braucht man es, braucht man es nicht, ist dann immer, wie gesagt, jeden selbst überlassen. Okay, schauen wir mal, was war da, bei Leinenführigkeit möchte ich, ja, gibt es halt Videos, ne, und, und bei, beim Zähneputzen, ja, ich bin da halt einfach ein Mensch, ne, läfft es ihn hoch, mal kurz putzen und läfft es ihn wieder runter und, ja, ich bin jetzt dann halt einfach auch ganz böse, wenn ich beim Frauenarzt bin, ist auch kein la 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 dabei, ne, ich finde halt, manchmal müssen halt einfach auch Sachen einfach mal gemacht werden und da muss der Hund halt einfach auch mal durch, genauso wie ich beim Frauenarzt, da muss ich auch mal durch, im Gegenteil, ich glaube, ich würde sogar meinen Frauenarzt ja auch schlagen, wenn er la 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 da machen würde, ne, okay, alle Frauen, glaube ich, lachen jetzt, ne, wie man da sitzt und der Arzt vor einem ist und la la la, okay, also mit diesem Kopfkino lasse ich euch jetzt tatsächlich alleine, weil es war jetzt tatsächlich die letzte Folie, ähm, genau, Ausrede, man muss dann eben auch an dem, äh, an der Sache trainieren, das finde ich halt wichtig, ja, wie gesagt, Vorgeschichten sind gut, Vorgeschichten sind wichtig, aber, wir haben ja auch gelernt, man kann ja die dann auch wieder umändern, es dauert natürlich besser oder länger, als wenn jetzt der Hund das eben schon von vornherein gut beigebracht bekommen hat, aber, man kann Gott sei Dank Sachen wieder umkehren, wie gesagt, sagt, man kann jetzt aber nicht sagen, ja, mein Hund, der hat halt einfach Probleme mit Kindern, ja, dann wird er halt nur weggesperrt, das soll man halt eben auf keinen Fall machen, ähm, oder mein Hund, der hatte irgendwann mal, ist er vom Hund gebissen worden, seitdem ist er wahnsinnig aggressiv, gut, Vorgeschichte, und trotzdem kann man was dagegen tun, das ist halt immer ganz wichtig, ähm, dann, wenn ihr von diesen vier Sachen irgendwas einsetzt, also positive Belohnung, negative Belohnung, positive Bestrafung, negative Bestrafung, überlegt euch mal, welcher Typ seid ihr, ne, also auch da wieder, kann ich denn richtig, ja, dann auch mal sagen, ey, hör jetzt auf damit, dann auch mal wirklich, als Hausaufgabe, ja, wenn der Hund irgendwie ein Verhalten zeigt, mal überlegen, ist es klassisch konditioniert, also kann er gar nicht anders, oder überlegt er doch ein bisschen, und hat er noch ein bisschen Einfluss, also dieses Lernen am Irrtum und Erfolg, dann, ähm, genau, dass sich jeder mal seinen Hund anschaut, welche Rasse habe ich denn jetzt, für was ist meine Rasse gezüchtet, und was erwarte ich von meinem Hund, das, ähm, macht ihr mal als Hausaufgabe, ach, da könnte ich euch jetzt noch tausend Hausaufgaben geben, aber ich glaube, die langt jetzt erstmal, ähm, dann, wie gesagt, ähm, gehe ich in eine Ritualisierung rein, oder möchte ich den Alltag mit meinem Hund erleben, ähm, wie gesagt, wie ist es denn Alltag, Alltag bin ich dann natürlich ganz viel selbst involviert, Alltag sind natürlich meine Emotionen, Alltag ist dann natürlich mein ganzer Körper, mein Alltag ist natürlich auch, ja, jetzt geh mal ein bisschen weg, oder, wie gesagt, will ich jetzt eine absolute Ritualisierung haben, dann muss ich tatsächlich da mal meine tausend Male immer das Gleiche machen, dass ich eben diesen Automatismus bekomme, oder mein Hund, was erwarte ich, das ist halt immer das Wichtige, was möchte ich, was erwarte ich, was kann ich geben, ich sag ja, ähm, sowohl der Hund hat jetzt natürlich auch, ähm, Sachen, die er genetisch mitbringt, aber halt auch der Mensch, und wenn ich aber halt von Haus aus ein Mensch bin, der sich halt nicht so freuen kann, dann kann ich das halt genetisch nicht, dann bringe ich diese Voraussetzung nicht mit, dann wäre halt ein Klicker jetzt schon besser, den ich dann klassisch konditioniere, und so, ähm, schaue ich halt immer bei mir in den Trainings, dass ich genau diese ganzen Sachen mit einbaue, die, ähm, brauche ich jetzt nicht unbedingt alle dem Besitzer immer sagen, weil wichtig ist ja dann das Endprodukt, dass ich ihm sage, das ist jetzt die Lösung für dich, aber das sind natürlich die ganzen Sachen, die mir, wenn ihr halt kommt, durch den Kopf gehen, wo ich euch beobachte, wo ich euren Hund beobachte, kann es vielleicht sein, dass er wirklich nicht Sitz machen kann, weil ihm irgendwas wehtut, wie seid ihr als Trainer, wie seid ihr als Motivator, wie seid ihr als Lehrer, wie bin ich natürlich als Lehrer, bin ich immer sehr, sehr, sehr selbstkritisch mit mir, ähm, genau, wie kann ich etwas überbringen, und das sind dann immer meine ganzen Gedankengänge, die ich habe, wenn ihr auf dem Platz seid, oder wenn ich ein Webinar mache, oder, 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 genau, also, macht euch da mal ein bisschen Gedanken, es macht dir dann auch Spaß wieder, da selber mal ein bisschen zu, zu erproben, ein bisschen mal selber wieder, was ist das, was will ich, kann er das, ne, einfach mal wieder den Hund kennenlernen, mich kennenlernen, genau, und deswegen wieder dieser Vortrag. Okay, dann, glaube ich, gibt es keine Frage mehr, ich hoffe jetzt nicht, dass es keine Frage gibt, weil ihr jetzt alle so fertig seid, oder so gelangweilt seid, sondern, weil ich viele Fragen dann doch auch, oder viele Knoten gelöst habe, ähm, auch da wieder, wenn irgendwas ist, wenn ihr irgendeine Frage noch im Nachhinein habt, dürft ihr die natürlich jederzeit wieder stellen, ähm, genau, ansonsten, gehen wir jetzt alle vorm Fernseher noch kurz, und, genau, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, und, tschüssi, danke, weil jetzt die Monique gerade geschrieben hat, ich wünsche euch einen schönen Urlaub, jo, drei Tage bayerischer Wald, und, es soll ja schönes Wetter sein, das ist ja wieder das Schöne, es soll schönes Wetter sein, meine Mutter ist ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen gestresst, weil ich gesagt habe, wir fahren mit fünf Hunden im Urlaub, und sie so, was, nein, mit fünf, vier große Hunde, ein Zwerg dabei, zwei Personen in einem kleinen Zimmer, wir sind mal gespannt, es wird bestimmt in der Früh total gut stinken, wir werden wahrscheinlich bis um zwölf Uhr schlafen, weil wir so eingegast sind, aber, genau, ich habe gesagt, nee, Fee, Isi, und die Welt bis komm mit, und der kleine Krümel, wird total spannend, ja, ja, wird ein bisschen eng, und sehr kuschelig bestimmt im Bett, ich werde wahrscheinlich außerhalb des Bettes schlafen, und meine Hunde werden die Gelegenheit natürlich da wieder nutzen, im Bett zu sitzen, und, ja, ich freue mich jetzt schon auf die, auf die drei Tage, wie gesagt, weil es halt einfach auch schönes Wetter geben muss, und, ja, die letzten Tage waren nicht so, so ganz optimal alles, und von dem her freue ich mich mal jetzt echt, drei Tage, keine Hunde außer meine zu sehen, und mal niemanden zu sehen, außer bayerische Waldbäume, und einfach nur gehen, einfach nur entspannt irgendwo umeinander gehen, Gott sei Dank, berghoch, ist die Isi ja dann auch so eine kleine Leinzieherin, Brustgeschirr drauf, Schleppleine drauf, und dann zieht die mir auch noch im bayerischen Wald die Berge hoch, also ist das auch ganz optimal, und von dem her, ja, freue ich mich auch wahnsinnig, genau, so, in diesem Sinne, jetzt aber nochmal ein Tschüssi, und einen wunderschönen Abend, Ciao, Ciao,